Also, wenn wir so lange machen, ist ja nur die Bundestagswahl. Was gibt es da schon noch zu besprechen? Ja, wo wollen wir uns noch durchquellen bei der Bundestagswahl? Morgen erst mal, Mick. Bist du munter? So munter, wie man halt munter sein kann. Ich habe ein wenig Kopfschmerzen, aber ich habe gestern auch noch Wahl-Arena-Sachen geguckt. Obwohl ich ein bisschen, ich hatte ein bisschen Spaß. War gestern live? Nee, 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 ich habe nachgeguckt. Also, ich habe nachgeholt, so zu sagen. Dann Armin? Klartext mit Annalena Baerbock. Dann das Firell. Das andere heißt ja Triell und das mit den vier Kleinen heißt ja... Eigentlich Vierkampf, aber ich nenne es einfach 4L. Und da hatte ich ein wenig Spaß als, ich glaube, das einzig Vernünftige, was ich von der AfD in diesem Wahlkampf gehört hat, als Alice Weidel zu dem Lindner sagte, sie haben keine Ahnung von Investment. Da muss ich ein bisschen lachen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, es war insgesamt auch die spaßige Veranstaltung, oder? Die Linke hat sich gut geschlagen, muss ich echt sagen. Genau, Janine Wissler hat sich gut geschlagen. Ich habe das Triell nachgeschaut, das letzte, und fand es mega langweilig. Ja, das war... Also, konfus irgendwie, also ganz komische Veranstaltung. Ich verstehe auch nicht, wieso sie mit diesen Koalitionssachen angefangen haben. Das ist prinzipiell das, was ich als letztes frage. Ja. Weil ich finde, das lenkt zu sehr von den Themen ab. Ja, ging mir auch so. Und in der deutschen Medienlandschaft kommt diese Frage aktuell immer als allererstes. Und das ist genau die falsche Art und Weise, wie man über Bundestagswahlen berichtet. Ja. Also, das ist mir am meisten von diesem Triell hängen geblieben, dass sie die Fragestellung auf den Kopf gestellt haben. Und wenn, also, ich bin ja nur hier die kleine Podcasterin, die das nebenbei macht. Die leben davon. Die müssen doch eigentlich wissen, dass das nicht die Frage ist, die man dann als allererstes stellt. Ja, das ist schon krass, oder? Wenn man dann davor sitzt und das Gefühl hat, also eigentlich haben die hier irgendwie keine Ahnung. Oder das sind ja Veranstaltungen, die sind ja Wochen im Voraus geplant. Also, da sitzen ja Redaktionen dran und besprechen das irgendwie gemeinsam. Und man weiß, dass es irgendwie jetzt viele Leute gucken, die jetzt nicht täglich sich mit Politik beschäftigen. Und dann startet man mit der Frage rein und ganz, ganz komisch irgendwie, wie man darauf kommen kann, dass das jetzt Leute am meisten irgendwie interessiert, am unmittelbarsten wäre oder so. Und nur damit dann alle ihre Fake-Antworten geben von wegen, ja, es muss noch viel passieren und wer weiß. Ich kämpfe jetzt auf alle Fälle, Annalena Baerbock auch, ich kämpfe jetzt auf alle Fälle, dass ich Kanzlerin werde. Ja. Bei Koalitionen denken wir noch gar nicht nach. Nein, die Grüne sind nicht in den Wahlkampf gestartet mit der Aussicht auf Koalition mit den Schwarzen. Ja. Also, erzählt uns doch nichts. Aber dann, liebe Journalisten, ihr müsst ja auf den Quark nicht reinfallen von Politikern. Ja. Ihr müsst diese ganzen Koalitionsfragen nicht zuallererst stellen. Wir wissen doch alle, die Zeiten der großen Volksparteien sind vorbei. Die nächste Bundesregierung wird mindestens drei Parteien in der Koalition haben. Und wir sehen ja alle, wie SPD und Grüne versuchen, sich von den Linken zu distanzieren, so weit wie nur geht. Ja. Frag doch mal wichtige Fragen, wie zum Beispiel, lieber Herr Scholz, liebe Frau Baerbock, wie wollen Sie das dann mit den Investitionen für den Klimaschutz hinbekommen, mit einem Partner in der Regierung, FDP, die unbedingt an der schwarzen Null festhalten wollen? Wie stellen Sie sich das vor? Übrigens, Herr Scholz, Sie sind ja auch so ein großer Verfechter von der schwarzen Null und der Schuldenbremse. Ist ja schon klar, dass das geht mit der FDP. Aber geht das denn mit dem Zukunftsretten? Mit diesen Ideen? Aber nein. Es ist, als wäre man in so einer Art Sub-Opera. Ja. Naja, aber man hat ja manchmal auch das Gefühl, die Journalisten da hängen noch mehr an der schwarzen Null als die Politiker selbst. Also es kommt ihnen gar nicht so in den Sinn, danach zu fragen, weil sie eigentlich auch immer denken, ah, die bösen Schulden. Deshalb wird ja auch immer nur nach Kosten gefragt. Es wird ja nie irgendwie mal so ein positives Zukunftsbild gezeichnet. Es ist ja immer nur dieses Jahr, was kostet das dann alles? Und es wird aber teuer. Und immer schon im Hinterkopf mitplanen, ja, der interessierte Wähler, der jetzt hier zuschaut, dem geht es ja eh nur um sein eigenes Geld. So etwas anderes interessiert ja eigentlich nicht. Okay, versuchen wir mal ein bisschen Ordnung reinzukriegen, weil Jenny macht natürlich am 27. jetzt keine Nachberichterstattung für die Bundestagswahl, weil mich das jetzt schon nervt. Ich mache eine Woche später mit Leanne Bettnarz dann die Beerdigung der Union. Das wird lustig. Oh. Oder wird die Union nicht beerdet? Kann ja, kann ja Mick uns gleich sagen. Nee, und deswegen, da mache ich halt Pause, hatte ich ja schon angekündigt. Und deswegen gucken Mick und ich jetzt, wer gewinnt dieses Pferderennen. Fassen wir mal ein bisschen den Wahlkampf zusammen, die Berichterstattung, was die Parteien so gemacht haben, nicht gemacht haben und was sie so erwartet in der Zukunft, vor allem was uns erwartet in der Zukunft. Ich hoffe ja, eine sehr, sehr lange Koalitionsverhandlung, damit sie uns alle mit ihrem Quark in Ruhe lassen, vor allem Herr Lindner als Finanzminister. Und ja, das ist so der Plan für heute. Also ich würde ja sagen, wir nennen die Folge Deutschland sucht die Super Merkel 2.0. Ich glaube, das war es sehr gut zusammen. Unter dieser Überschrift läuft ja dieser Wahlkampf. Ja, das finde ich, glaube ich, auch bei allem irgendwie das Ironischste, dass man hat jetzt so viel Bewegung dann und aus meiner Perspektive überraschend viel Bewegung in den Prozenten. Ja, also ich, so aus meinem Studium heraus und so politikwissenschaftlicher Standard ist ja immer, dass man sagt irgendwie, ja, die Beharrungskräfte sind sehr, sehr stark. Am Ende wird alles irgendwie nicht so krass. Man schaut sich dann vielleicht Umfragen an und da geht es mal nach oben und nach unten. Aber die meisten Menschen werden ja dann doch durch ihre Parteibindung oder ihr Umfeld, in dem sie irgendwie sozialisiert werden, dann doch immer wieder zu den gleichen Parteien geleitet. Man bleibt in seinem Lager und da sieht man ja doch, dass da Bewegung drin ist. Und gleichzeitig ist ja aber diese Bewegung eigentlich total albern, weil es ja darum, wie du schon gesagt, genau darum geht halt eigentlich das nachzuahmen, was vorher da war. Und die CDU kann es derzeit nicht mehr leisten, verliert da irgendwie an Vertrauen, an Respekt und an dieser Selbsterzählung von sich irgendwie, hier der große Lenker zu sein und dieses Land schon verwalten zu können. Und davon profitiert jetzt aber die SPD mit eigentlich einem lahmen Programm, mit einem lahmen Kandidaten, der jetzt weit weg ist von allem, was man sich irgendwie als progressive Politik vorstellen könnte. Und genau deshalb triumphieren sie irgendwie. Und alles bleibt gleich, obwohl alles irgendwie anders wird. Und obwohl man zum ersten Mal seit gefühlt zehn Jahren die SPD überhaupt wieder auf dem Zettel hat und erwarten kann, dass da irgendwas passiert. Und das hört sich ja total krass an. Aber nur, um dann eigentlich von der SPD so eine CDU 2.0 Politik zu bekommen, höchstwahrscheinlich, die ganz klar, Also ich will jetzt der SPD da gar nicht so einen krassen Vorwurf machen, aber ich glaube einfach, die SPD hat nicht wirklich einen gesellschaftlichen Entwurf mit zu dieser Wahl gebracht und eine Idee. Und ich glaube einfach, es wird massiv davon abhängen, mit welchen Partnern sie am Ende koalieren. Ich bin auch gespannt. Also zu Themen kommen wir vielleicht noch. Ich will eigentlich mit dem Text von Albrecht von Lucca anfangen. Ob das so eine gute Idee ist, angesichts der Herausforderungen, die uns alleine als deutsche Gesellschaft erwarten, die uns in Europa erwarten, die uns auf der Welt erwarten, ob das so eine gute Idee ist, Merkel 2.0 zu machen. Ich lese mal vor. Das ist der aktuelle Text aus den Blättern vom September unter dem Titel Das Erbe vom Merkel-Ära. Aus Krise wird Katastrophe. Da schreibt Albrecht Hatten die meisten Beobachter noch vor kurzem angenommen, die bald eineinhalb Jahre dauernde Corona-Krise werde im Mittelpunkt des Wahlkampfes stehen, haben uns die vergangenen Wochen und Monate eines Schlechteren belehrt. Erst kam die dramatische Sturzflut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und dann auch noch der Siegeszug der Taliban und das historische Scheitern der NATO-Mission in Afghanistan. Damit sind alle großen Themen aufgerufen, die die Merkel-Ära im engeren Sinne, sprich ihre Kanzlerschaft geprägt haben. Auch ihre Ära im weiteren Sinne, nämlich die zurückliegenden 30 Jahre seit dem Fall der Mauer und Merkels Eintritt in die Politik. An erster Stelle steht dabei die Klimapolitik, die Merkel bereits in ihrer Zeit als Umweltministerin unter Helmut Kohl von 1994 bis 1998 zu verantworten hatte. Zweitens aber betrifft dies die Frage der internationalen Beziehung mit 9-11 als dem großen Einschnitt nach 1989. Damit einher geht schließlich drittens die Frage nach der Rolle Europas und Deutschlands in der neuen Unübersichtlichkeit einer multipolaren Welt. Auf allen drei Feldern hat sich die Lage in den Merkel-Jahren erheblich verschlechtert. Einer der wenigen, die sich tatsächlich Angela Merkel nach 30 Jahren mal vorgenommen hat und sagt, Leute, das war nicht alles Gold, was glänzt. Ganz im Gegenteil. Und alle drei Themen, Klimapolitik, internationale Beziehungen, Deutschlands Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt. Also wir haben jetzt vorgestern oder gestern sogar, haben glaube ich die Franzosen ihren Botschafter aus Australien abgezogen, weil die Beef haben, weil die USA mit den Briten zusammen Australien jetzt atomfähige U-Boote geben, damit die zusammen in dieser Dreierkonstellation mit China um die hoheitliche Vorherrschaft in dem südchinesischen Meer kämpfen. Die Antwort von Europa und Deutschland darauf gibt es nicht. Also Deutschland ist natürlich voll im Wahlkampf und alles, was ich von unter anderem auch den Grünen dazu höre, ist ja, wir wollen ein starker Partner neben den USA sein oder die USA sind zurück und wir wollen uns da einbinden und so ein Quark. Dazu gibt es überhaupt keine Aussage, was das denn bedeutet. Also genau in diesem konkreten Fall. Und es ist eigentlich auch eine absolute Katastrophe, weil man sich überlegt, genau diese drei Themenfelder werden nicht ausreichend besprochen in diesem Wahlkampf, um ehrlich zu sein. Also zwei davon mindestens überhaupt nicht, sondern nur Plattitüden. Bei Klimapolitik hört man ja wenigstens ein bisschen was. Ja, es ist schon befremdlich. Also mir ist es auch selber gar nicht so stark aufgefallen, bis es dann jetzt irgendwie bei einigen eingerückt ist, dass man eigentlich den kompletten Wahlkampf nie über Europa geredet hat. Oder was da irgendwie, wie man da jetzt weitermacht, was vielleicht die Ideen sind. Und so, das wird dann wieder eher dann nach der Wahl so im Klein-Klein miteinander geklärt oder dann, wenn halt irgendwie die Partner irgendwas erwarten. Also man, so der eigene Zugang dazu fehlt, obwohl man ja sagen muss, das ist ja auch die Union und Merkel und Deutschland, die haben ja die Europa schon stark geprägt. Und wir haben ja auch viel darüber gesprochen schon, in welcher Form. Und die Hörer deines Podcasts werden es sicherlich auch wissen, in welcher Form auch negativ geprägt. Wir müssen ja jetzt nicht das große Ding wieder ausmachen. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, wie Deutschland Europa geprägt hat. Aus der Rättspolitik etc. Aber vielleicht ist da fast besser, man nimmt sich raus. Aber ich finde es schon auch auffällig, dass es total fehlt. Also vor allem, wenn man jetzt diese großen Linien sieht, klar, über das Klima haben wir gesprochen. Auch im Zuge der Flugkatastrophe. Aber wie wir ja auch schon im Vorgespräch festgestellt haben, halt im Regelfall dann eben doch auf so einer Kostenbasis. Also was wird uns das alles kosten? Ach da, und da möchte ich ja sagen, sind sowohl Grüne als auch SPD und FDP sich irgendwie schon ziemlich einig. Also die großen Fragen möchte man gerne in Europa klären. Scholz sagt aber bitte keine Schuldenunion, so nach dem Motto. Also da will er auch nichts machen. Wie das funktionieren soll, also wo wir doch festgestellt haben nach Angela Merkel, dass das genau so nicht funktionieren wird. Mit der Schuldenunion, also das zu verhindern, wird nicht mehr Investitionen bringen. Ganz im Gegenteil. Die FDP würde natürlich freudig auf der Bremse treten, obwohl sie gleichzeitig in ihrem Programm immer sagt, also die großen Fragen müssen wir in Europa klären, aber es soll kein Geld kosten. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre neoliberale Politik. Alle Probleme wollen wir jetzt lösen. Alle auf einmal, aber es darf kein Geld kosten. Und überhaupt, am besten wir senken die Steuern, weil Trickle-Down und Investitionen von privaten Leuten lösen das Problem schon. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diesen Bullshit. Ja, also ich glaube, es ist der SPD und der Union, also zumindest der FDP ist es, glaube ich, inzwischen aufgefallen, dass das ja kein Zukunftsmodell ist, das man umsetzen könnte oder so. Also da sind sie ja inzwischen auch schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass das eigentlich nur blödes Wahlkampfgeplänke ist, weil es geht ja nicht alles gleichzeitig. Also wir können ja nicht Steuern senken und sparen und gleichzeitig investieren. Und darauf wurden sie jetzt auch schon in einigen Talkshows hingewiesen. Das heißt also irgendwie muss ja da auch so ein Rattern einsetzen. Mich wundert es auch ehrlich gesagt immer wieder bei der Union, dass da überhaupt nicht so ein Moment des Erkennens irgendwie mal einsetzt, dass das, was man da eigentlich macht, kompletter Nonsens ist. Das sind aber halt so Themen, die hat man halt auch schon immer gerne ausgelagert. Also wir kennen ja dieses Mantra von wegen, das muss man halt global lösen, was letztendlich immer nur bedeutet, ja, man selber will halt nichts machen. Also man will das halt dann irgend so ein fiktives, globales Gremium halt irgendwie auslagern und dann sollen da alle großen G8 miteinander verhandeln und irgendwie Absichtserklärungen machen und dann hat man das Problem politisch gelöst. Und da weist Albrechts Text auch nochmal hin auf Herfried Münkler, der gesagt hat, genau diese globale Idee ist großartig gescheitert. Afghanistan zeigt, wie diese multiplurale Welt, diese Idee von UNO und internationalen Eingrifftruppen, dass das alles total gescheitert ist. Dass wir das mittlerweile im 21. Jahrhundert vergessen können. Und um ehrlich zu sein, jeder, der mir im deutschen Wahlkampf noch davon erzählt, dass wir da internationale Bemühungen brauchen, der hat entweder keine Ahnung oder lügt. Ja. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, keine Ahnung zu haben oder mich anzulügen. Habe ich mich immer noch nicht ganz entschieden. Also ich glaube, eine Politik hat ja insgesamt, und da nehme ich jetzt wirklich alles, was irgendwie Politiker beschäftigt mit rein, so eine wahnsinnig große Angst davor, letztendlich Fragen zu stellen oder auch zu sagen, dass man gescheitert ist und so. Man will ja irgendwie immer Antworten liefern und die sollen dann natürlich auch im Bestfall verfangen und einfach sein. Also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob man solche Fragen überhaupt im Kontext des Wahlkampfs irgendwie klären kann. Also ich meine, wir hatten hier letzte Woche auch über das Buch gesprochen und wir merken ja dann auch, wir sind da irgendwie so, wir schlingern da auch so rum, weil wir nicht genau wissen, was sind eigentlich so Begriffe wie Verantwortung, wie soll internationale Zusammenarbeit funktionieren, wenn man so viele Player hat, die irgendwie alle in verschiedene Richtungen gehen. Sondern am Ende heißt es ja dann immer nur, naja, eigentlich muss man sich erstmal auf sich selbst beziehen und schauen, was will man denn eigentlich erreichen. Und dann die Interessen halt einfach mal durchgucken. Das sind unsere Interessen, das müssen wir vielleicht irgendwie als Wirtschaftsnation oder was auch immer, müssen wir das und das erhalten? Oder sind das hier irgendwie unsere Ziele und wir wollen so und so auf dem Globus irgendwie auftreten? Aber das sind ja hochkomplexe Angelegenheiten, die sich jetzt nicht in einem Wahlkampfslogan verpacken lassen oder so. Nee, klar, aber... Da funktioniert der Schlachtruf halt mehr Europa oder so, funktioniert irgendwie immer ganz gut. Aber alles darüber hinaus wird halt schon hochkomplex. Und letztendlich wollen ja die deutschen Politiker nicht mal an so Finanzierungsfragen ran. Es ist ja, es hat ja auch einen Grund, dass man immer verharrt auf diesem, naja, wir wollen investieren. Und dann sagen die anderen, ja, aber es kostet wahnsinnig viel. Aber niemand fragt, wofür eigentlich investieren? Was ist eigentlich das Gesellschaftsbild, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die wir irgendwie formen wollen? Das ist auch alles in so einem wagen Dunst, weil man halt selber nicht so genau weiß und vielleicht auch Angst davor hat, da Aufgaben anzunehmen und sich diese Fragen zu stellen. Ja, aber wann ist denn der Zeitpunkt, mal diese Fragen zu stellen? Nein, also der Wahlkampf ist doch eigentlich der Zeitpunkt, in dem man als Partei mit einer Idee vor die Bürger geht. Da hat man sich ja übrigens auch mal schon die großen Fragen gestellt. Wenn die Politiker, die hier antreten, Angst haben, überhaupt im Vorfeld sich selber schon die großen Fragen zu stellen, ist es kein Wunder, dass sie mit null Konzept in die Wahlkämpfe gehen, mit null Ideen, mit null Visionen. Weil wenn sie schon Angst vor der Frage an sich haben, wenn sie unter sich sind. Also grundsätzlich meine Frage, wann ist es denn mal Zeit, diese großen Fragen zu stellen, die natürlich notwendig sind, gefragt zu werden, übrigens auch die Bürgerinnen und Bürger, und ihnen vielleicht auch mal eine Antwort darauf zu geben, also hier ist die große Frage, hier ist unsere Idee. Ich meine, vielleicht gefällt es den Leuten nicht, dann gewinnt man halt den Wahlkampf nicht. Aber so ist das. Man kann doch nicht aus Angst vor der großen Frage diese Fragen permanent irgendwo in den Hintergrund schieben. Weil irgendwann kommen die hoch. Und dann werden die vielleicht von Leuten gestellt, die man gar nicht im Bundestag haben will. Und dann geben die vielleicht Antworten, die man so nicht haben will im Bundestag. Und das Problem ist, wenn das die einzigen Leute sind, die diese Fragen stellen und die einzigen, die eine Antwort geben, dann ist das zu spät. Mal ganz ehrlich. Und der Wahlkampf in einer Demokratie ist dieser Zeitpunkt, wo man mal die Fragen stellt. Und ich bin so enttäuscht. Das war dieser Wahlkampf. 30 Jahre, also gefühlt 30 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre als Kanzlerin. Das war dieser Wahlkampf. So eine Chance bekommen wir so schnell nicht wieder, dass ein Kanzler abtritt und sich Leute darum bemühen, ihr oder ihm nachzufolgen. Und nichts, nichts Grundsätzliches wurde hier mal als Frage in den Raum gestellt oder beantwortet. Selbst das Thema Klimapolitik ist ja nur eine große Blase, die über allem schwebt. Die drei Parteien hier mit Kanzlerkandidaten, also SPD, CDU und Grüne, nur hoch gehalten haben, weil es zufällig Fridays for Future gab. Ja, ich glaube auch, du hast, also ich weiß gar nicht, in welchem Kontext du das gesagt hattest, aber ich glaube, du hast damit recht, als du gesagt hast, dass eigentlich war niemand auf diesen Wahlkampf vorbereitet oder auf die Entwicklung, die es vielleicht auch nehmen würde. Wir wussten vorher, dass Angela Merkel abtritt und dass es wahrscheinlich dann eine Zäsur ist, du hast es ja auch schon gerade beschrieben, dass zum ersten Mal quasi Kanzlerkandidat nicht einfach nochmal antritt und damit den Hausbonus hat und am Ende dann eh triumphierend über allem steht. Wahrscheinlich, wenn Merkel jetzt antreten würde, würde sie am Ende auch triumphieren, einfach weil so viel an ihr dranhängt, positiv wie negativ. Ja, die Journalisten wären alle happy, ich weiß nicht warum, aber okay. Nee, aber sie würde dieses Feld einfach dominieren, mit ihrer Ausstrahlung von 16 Jahren Kanzlerin und jede Krise überwunden und so weiter und so fort. Wir kennen ja das Narrativ. Ja, das Problem für uns alle wird bleiben. Das ist ein Narrativ von Angela Merkel, das so nicht stimmt. Sie ist eigentlich wie Helmut Kohl, nur dass seine Zeit wirklich als bleierende Zeit dann am Ende empfunden wurde. Und bei ihr wird alles irgendwie weggewischt. Also nach Angela Merkel haben wir eine so tief gespalten sozial ungerechte Gesellschaft. Das kann man gar nicht in Worte fassen, da war ja Helmut Kohl dagegen noch Hamster, also wirklich noch Plüschtier. Ja, aber ich glaube, man wird das auch schon noch sehen. Also auch meine Generation, die ja mit Angela Merkel eigentlich als einzige Kanzlerin aufgewachsen ist, ich glaube, das ist auch, da ist ein anderer Blick auf sie auch nochmal da. Also ich glaube, jetzt ist halt auch der Zeitpunkt, wie man das so sagt, über Tote spricht man nicht schlecht, genauso spricht man nicht irgendwie überschalten. Doch, über diese politisch Toten sollte man schlecht sprechen. Die 16 Jahre lang, ja, aber es ist ja so ein Kodex, der da auch so ein bisschen geht. Jetzt kommen erstmal die positiven Biografien und jetzt wird nochmal erzählt, wie wichtig sie war und so. Und in 15 Jahren ist dann die große Aufarbeitung und man betrachtet es nochmal aus dem anderen Winkel und man stellt dann fest, ah, warte mal, eigentlich hat sie uns in mehr Krisen geführt, als irgendwie rausgeführt und so. Ich stelle den Text von Albrecht in die Shownotes. Jetzt schon lesen, jetzt schon merken, das waren 16 Jahre vergeuderte Zeit. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass du halt damit recht hast, dass die Parteien darauf nicht vorbereitet waren. Und das war ja auch ein großes Problem des Wahlkampfs zum Beispiel der Grünen und auch der eigentlich aller Parteien. Also an der Stelle, sorry, dass ich dich unterbreche, an der Stelle, du hast ja gesagt, die Grünen haben das clever gemacht und ich bin dir, ich widerspreche dir ja nicht. Wenn es so aufgegangen wäre, wie die Grünen es geplant haben, nämlich, dass die CDU mit einem vernünftigen Kandidaten ins Rennen geht. Und sie haben ja alles darauf eingestellt, dass sie Juniorpartner der CDU werden. Also ihr ganzes Wahlkampfkonzept war eigentlich von vornherein dazu ausgelegt, Juniorpartner der CDU zu werden, aber ein starker Juniorpartner. Grundsätzlich kann man dem ja nicht widersprechen. Nur das Problem ist, sie hatten dann die falsche Kandidatin und darunter haben die Grünen gelitten und die CDU hatte den falschen Kandidaten und darunter hat das ganze Konzept der Grünen gelitten. Ja, also sie haben ihren Wahlkampf von einer anderen Partei und einer Koalitionsidee abhängig gemacht, anstatt volles Risiko zu gehen. Ja, einmal das und das liegt halt daran, dass sie halt mit so einer krassen Selbstverständlichkeit da reingegangen sind, dass wir letztendlich alle auch mit einer krassen Selbstverständlichkeit da reingegangen sind. Also vor einem Jahr hätte ich auch gesagt, ey, das ist gar keine Frage, die CDU wird da irgendeinen Kandidaten aus dem Hut zaubern, der wird nicht dolle sein, aber der wird das von Merkel mitnehmen. Und dann macht die CDU ihren Stammhirschkampf, ja, also dann steht sie da und steht sich groß auf. Und dann war der Kandidat ab, aber Laschet. Ja, und dann geht es auf einmal den Bach runter und man ist selber davon überrascht und man weiß ja, welcher Filz da auf der CDU liegt und was die für tiefgreifende Probleme haben und dass da eigentlich auch nichts hintersteht. Aber irgendwie ist dann selbst die Erwartung eines Kritikers der CDU irgendwie immer so, naja, aber irgendwas muss da doch noch kommen. Also da steckt doch irgendwie mehr dahinter, irgendeinen Plan werden sie doch haben, irgendwas können sie doch bestimmt noch aus dem Hut zaubern, bis einem dann auffällt, nee, da ist einfach gar nichts. Also da ist die gehende Leere, alles, was ihnen übrig bleibt, ist dieser rote Sockenwahlkampf. Und dadurch, dass sich alle darauf eingestellt haben, das hatten wir hier auch schon besprochen, dadurch entstehen halt so Probleme wie, dann guckt man halt nur noch auf diese beiden Kandidaten. Man sieht das Duell zwischen Schwarz-Grün, man lässt Olaf Scholz einfach völlig außen vor. Die SPD profitiert jetzt halt davon, dass außen vor gelassen wurde, was letztendlich eine reine Medienwirkung ist, wenn man so will. Hätte man sich frühzeitig mit Olaf Scholz, hätte man ihn da irgendwie mit einbezogen und sich mit ihm auseinandergesetzt, natürlich hätte man da genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr gefunden als bei Annalena Baerbock oder Armin Laschet. Also der hätte natürlich genauso in der Gunst gelitten, ja, und man hätte vielleicht am Ende da gestanden mit drei Kandidaten, die irgendwie auf 14 Prozent Zustimmung kommen und alle wollen irgendjemand anders. Aber dadurch ist man halt mit einer großen Selbstverständlichkeit irgendwie in diesen Wahlkampf hineingestartet. Ich glaube, selbst die SPD hat ja eigentlich, auch wenn Olaf Scholz immer anders behauptet, hat ja nicht daran geglaubt, jetzt hier irgendwie mit 23 Prozent oder so am Ende rauszugehen. Also das ist halt irgendwie die Selbstbehauptung, aber eigentlich war man da, glaube ich, auch schon auf so 16, 17 Prozent eingestellt und dann mal gucken, wie es nach Olaf Scholz weitergeht. Und jetzt haben wir den Salat, weil sich halt irgendwie keine Partei rausgetraut hat und müssen gleichzeitig aber auch feststellen, gerade der Kandidat, der halt das weiter so Merkel verkörpert. Und der Kandidat, der halt sagt, ey, keine großen Versprechen, keine großen Pläne, wir wollen das Land ja gemäßigt umbauen, wenn überhaupt. Eigentlich wollen wir so weitermachen, Stabilität, ja, Wirtschaftsstandort, Industrieland, ja, wie alle kennen die Schlagwörter. Der dominiert am Ende und da muss man vielleicht auch sagen, da ist Deutschland vielleicht auch noch nicht bereit dafür, diese großen Fragen zu stellen. Die Menschen, die ihn wählen, wollen diese großen Fragen nicht stellen. Die wollen Stabilität für die nächsten vier Jahre. Die wollen keine Schulden, die wollen halt irgendwie Sicherheit, die wollen auch keine Union, die irgendwie wie so ein Clown durch die Gegend rennen. Aber die wollen halt eben auch nicht das große Aufbruchsprojekt. Und du hast völlig recht damit, dass es eigentlich Zeit wäre, die großen Fragen anzugehen und über globale Migration zu sprechen, über Klimawandel zu sprechen in einem anderen Kontext und mal auch wirklich zu betonen, was da auf uns zukommt und dass wir uns darauf einstellen müssen. Aber ich befürchte, wir werden da so ein bisschen reinschludern, wie wir halt eben dann auch reingelaufen sind in die Flüchtlingskrise, ja, in Anführungsstrichen. Und in die Finanzkrise, da haben auch alle Feuer gehabt. Das hat überhaupt keine negativen Folgen gehabt. Ja, aber auch da war es so, dass man, als der Syrien-Konflikt ausgebrochen ist, haben Wissenschaftler und Politologen und Journalisten gesagt, Leute, das ist eine Frage der Zeit, bis die Wellen hier sich auf den Weg machen. So, wir sollten uns jetzt damit auseinandersetzen. Also ich kann mich erinnern, ich saß 2014 im Kreistag als Gast in Teltow-Fleming, da wurde beschlossen, dass bestimmte Städte mehr Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen. Warum auch immer, war zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema. Und 2015 kamen dann Flüchtlinge an. Ja. Und davon war man dann ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Ja, und letztendlich sind wir aber an alle diese Krisen so ähnlich gestartet. Also wir sind auch in die Finanzkrise, da war auch vorher, da haben Ökonome auch erzählt, ey Leute, die Blasen sind da. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Plätze, es ist eine Frage der Zeit, bis der amerikanische Immobilienmarkt implodiert und so. Wir sollten uns darauf einstellen. Und das hat am Ende auch keiner gemacht. Und dann kommen wir halt in so einen Krisenlösungsmodus. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen am deutschen politischen System, dass wir halt eben maximal auf Stabilität gestrickt sind. Nicht der große Aufbruch, eben kein Zwei-Parteien-System, wo man sagen kann, okay, eine Partei gestaltet jetzt vier Jahre und dann hat die nächste Partei irgendwie vier Jahre da drauf die Chance, alles wieder kaputt zu machen oder ihr Plan vorzustellen. Sondern dass wir natürlich auch immer darauf ausgerichtet sind, miteinander zu agieren und Koalitionen zu finden. Das macht halt so einen Lagerwahlkampf auch wahnsinnig schwer. Also man kann sich ja auch jetzt schwer vorstellen, wie CDU und SPD, auch nachdem sie sich dann doch eine ganze Menge an den Kopf geworfen haben, wie das dann werden soll in Koalitionsverhandlungen und so. Ich glaube, Olaf Scholz könnte sehr gut auf die CDU zugehen und sagen, also Leute, ich bin jetzt der Kanzler, aber ihr könnt gerne mit mir in eine Koalition gehen. Ich glaube, Olaf Scholz möchte das sogar am liebsten. Ja, aber genau darin liegt ja auch ein Problem, dass man am Ende halt eigentlich immer sagt so, naja, aber auf so einer menschlichen Ebene haben wir doch toll zusammengearbeitet. Und dann ist es auch irgendwie egal, dass die CDU keinen Plan hat, kein Programm oder was auch immer. Ah, die SPD einen Plan? Persönliche Ebene? Nee. Fangen wir mal ganz von vorne an. Denn ich glaube, was wir hier ein bisschen unterschätzen, ist die Tatsache der Kandidatenauswahl. Also bei allem, was ich wirklich in diesem Wahlkampf vermisse, was Themen und Pläne und Zukunftsvisionen angeht, es wird sich ja jetzt alles daran messen lassen, wie dieser Wahlkampf ausgeht, wie das Personal ausgewählt wurde. Die SPD hat aus dem Wahlkampf vor vier Jahren gelernt, wir haben zu spät unseren Kandidaten aufgestellt. Also da haben sie ein Jahr früher aufgestellt. Wirklich gefühlt viel zu früh. Und stellt sich raus, das war genau die richtige Wahl, weil sich alle sehr, sehr früh an Olaf Scholz abgearbeitet hatten, wirklich alles schon mal aus der Mottenkiste geholt hatten, was Cummins und Wirecard angeht. Ich meine, das kommt jetzt alles wieder hoch, aber es spielt jetzt gar keine Rolle mehr, weil im Prinzip ist er der Last Man Standing, ist die letzte Alternative. Also selbst wenn jetzt die größten Skandale rauskommen würden, die wir noch gar nicht kennen, Laschet und Baerbock sind absolut verbrannt. Und Olaf Scholz kann nur noch davon profitieren. Alles das, was an Skandalen bei ihm schon dran war, wurde schon 10.000 Mal besprochen und interessiert aktuell keinen. Was ich natürlich auch einen Skandal finde, aber ist halt so Faktenlage. Das heißt, gewinnen wird die Partei, die sich frühzeitig auf einen Kandidaten festgesetzt hat. Und der Kandidat hat sich übrigens schon seit Jahren darauf vorbereitet, einen Wahlkampf zu machen, in dem er die Merkel 2.0 darstellt. Also kein Kandidat in diesem Wahlkampf ist mehr Merkel als Olaf Scholz. Ich meine, Laschet wollte das irgendwie für sich beanspruchen, ist grandios gescheitert. Annalena Baerbock auch. Das konnte nur schief gehen, weil ihr, also Angela Merkel ist ja nicht als regierungserfahrungslose Frau in den Wahlkampf gestartet, sondern die hatte schon Ministerposten hinter sich, als Annalena Baerbock gesagt hat, ich will hier neu machen. Da hatte Angela Merkel schon Umweltministerin gemacht. Ja. Also auch da ist sie nicht wirklich die Merkel-Nachfolgerin gewesen. Ja, ganz großer Vorteil, dass man von Olaf Scholz, das hat man unterschätzt, dass er halt der Titelverteidiger ist insofern, als dass er halt Regierungsbeteiligung hat. Und dass sich halt die anderen beiden Kandidaten, klar, Armin Laschet kannte man irgendwie so ein bisschen aus Nordrhein-Westfalen, aber eigentlich mussten die sich ja erst vorstellen. Und da war eigentlich schon das Problem. Die mussten sich halt vorstellen, dann hat Deutschland sie kennengelernt. Und dann war man irgendwie nicht so ganz zufrieden damit, was man dann da irgendwie serviert bekommen hat von den Parteien. Glaubst du, es wird in Zukunft so sein, dass die Parteien früher ihre Kandidaten aufstellen? Also vor einem Jahr haben wir ja noch gesagt und daran halte ich eigentlich auch fest, dass man, wenn man das richtig macht, dann kann man viel daraus ziehen, wenn man seinen Kandidaten erst relativ spät dann halt auch irgendwie so präsentiert, weil man halt die Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Nur dass wir halt diesmal gesehen haben, dass Medienaufmerksamkeit natürlich nicht unbedingt was Positives sein muss. Ganz und gar nicht. Vielleicht besser im Windschatten fährt. Ich glaube, was schon klar sein wird, ist, dass man weniger mit diesen unbekannten Gesichtern halt irgendwie nach vorne geht. In Anführungsstrichen unbekannt. Aber dass man versuchen wird, Kandidaten frühzeitig letztendlich auf diese Position vorzubereiten, sie halt irgendwie in der Partei heranzieht, dass sie halt vorher auch Ministerämter bekleidet haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird wieder eine größere Rolle einnehmen. Das war jetzt aber halt im Fall von diesem Wahlkampf auch einfach nicht gegeben. Am Ende müssen ja diese Parteien auch schauen, wer ist eigentlich personell da. Also hätte es jetzt Olaf Scholz nicht gemacht, wäre bei der SPD da gewesen, der jetzt irgendwie ein ähnliches Standing gehabt hätte und der CDU-Rings ja genauso. Deshalb ist es jetzt halt Armin Laschet geworden irgendwie. Aber da ist noch ein großer Unterschied zwischen der Kandidatenauswahl bei der SPD, CDU und den Grünen. Weil die Grünen haben basistechnisch entschieden. Also Annalena Baerbock ist ja intern in der Grünen-Partei die Kandidatin gewesen, die man gerne wollte. Warum auch immer. Wahrscheinlich Frau und Grüne und toll. Und da konnte, und natürlich hatte sich Habeck, Robert Habeck einige Schnitzer erlaubt. Ich glaube, mit Robert Habeck wären sie aber auch besser dargestanden. Also möglich, dass man bei ihm auch Plagiate in seinen Büchern gefunden hätte, aber er hat halt auch schon Ministerposten begleitet. Insofern wäre er vielleicht dann nicht so angreifbar gewesen. Also diese Auswahl von die Basis spricht sich sozusagen für einen Kandidaten aus und wir haben hier Hinterzimmerkandidaten. Das eine ist Olaf Scholz, der ganz klar vom Bundesvorstand ausgesucht wurde und dann präsentiert wurde. Und da wurde die Basis gar nicht mehr gefragt. Und das andere ist Armin Laschet. Auch da hat eigentlich der CDU-Vorstand entschieden, federführend Wolfgang Schäuble, das macht der jetzt. Entgegen allen Umfragen und entgegen der eigenen Basis, die gesagt hat, ey, kommt uns nicht mit dem. Ja. Stellte sich raus, das war auch die falsche Entscheidung. Also grundsätzlich kann man nicht genau sagen, wie in Zukunft die Parteien die Kandidaten auswählen, weil es kann alles schief gehen. Es kann das Hinterzimmer schief gehen, es kann die Basisentscheidung schief gehen. Also wie sucht man als Partei in Zukunft den richtigen Kandidaten aus? Denn, seien wir ehrlich, umso mehr die Bindung der Parteien in der Gesellschaft abnimmt, umso wichtiger wird die Personalien. Ja, das wäre ich richtig. Ja, aber man muss ja dazu sagen, also die SPD, Walter Beuerns und Saskia Essen wollten es halt nicht machen. Also die Logik, und die finde ich auch immer noch bestechten, ist ja eigentlich, naja, der Parteivorsitzende macht das. Also, weil der bündet natürlich in sich dann auch die Kompetenzen. Und man hat ja, nicht umsonst ist ja die Frage bei Olaf Scholz auch immer so, wie viel wird der am Ende tatsächlich entscheiden? Dann könnte ich mir die Frage ein bisschen albern, weil klar macht man das dann irgendwie, man macht das gemeinsam mit dem Vorstand und so. Da gibt es jetzt keinen, nicht den Clash zwischen dem Kanzler und halt irgendwie den Parteivorsitzenden. Aber die Parteivorsitzenden wollten es halt in dem Fall nicht machen. Deshalb blieb dann halt am Ende Olaf übrig, weil sie sich das halt selbst nicht zugetraut haben. Die SPD stand bei 14 Prozent, ja. Ja, ne, ich hätte es auch, also ganz ehrlich, ich wäre jetzt auch nicht mit Saskia Essen oder Walter Beuerns in den Wahlkampf gezogen. Einfach weil die dann doch zu unbekannt sind, also halt wirklich unbekannt sind. Das hatte, die hatte vorher keiner auf dem Schirm, die sind es dann halt eben geworden. Aber ja jetzt auch keine, keine Charaktere, also Charaktere, die man sich schwer auch vorstellen kann in so einem Triell, die jetzt irgendwie auch so ein Auftreten hätten, wo man jetzt sagen würde, das sind jetzt vielleicht die Leute, die jetzt irgendwie als Kanzlerkandidaten geeignet werden. Das kann ich schon alles verstehen, aber allein das... Ja, aber allein das war ja schon irgendwie in Zäsur. Wo Bojerns und Esken wohl versuchen, überhaupt Autorität in ihrem eigenen Bundesvorstand zu bekommen. Und der ist besetzt eigentlich mit Seeheimern und sie haben da keinen, also sie kriegen da keinen Fuß auf dem Boden. So kann man natürlich auch keine Partei führen. Ja, aber das ist vielleicht auch schon der große andere Clash, den man da auch so sieht. Man hat auf der einen Seite Programmpolitiker wie Saskia Esten und Walter Bojerns, die ja vor allem dadurch es nach oben geschafft haben, dass sie Experten auf ihrem Gebiet sind und halt auch einen politischen Anspruch haben in gewisser Weise. Und dann hat man dieses klassische Berufspolitiker-Phänomen wie halt irgendwie Oda Scholz, wo man weiß, das ist eigentlich ein Karrierist. Also deshalb ist der hier, der ist in die Partei eingetreten, wahrscheinlich schon mit dem Ziel, irgendwas zu werden. Und dann im Bestfall steht am Ende dann halt irgendwie Kanzler, so wie man das bei den CDU-Leuten halt auch viel kennt. Da treten ja, also bei den wenigsten hat man ja das Gefühl, die kommen in die Politik mit dem großen Ziel, jetzt hier was zu verändern. Und da ist vor allem das Programm was, was vorne steht, sondern seht er dann schon immer um die Person. Und da treten auch Sachen auf den Mann da und man merkt vielleicht auch manchmal, braucht man vielleicht so einen Berufspolitiker wie Olaf Scholz, der halt einfach so einen Wahlkampf mit täglichen Auftritten und so weiter und so fort halt irgendwie souverän überstehen kann und halt eben nicht der große Programmatiker ist und halt eben nicht die Leute, die dann halt vielleicht das mehr verkörpern, was man sich programmatisch von der Partei vorstellt. Und da sehe ich schon die erste große Zäsur, dass das nicht, dass das nicht mehr so selbstverständlich gilt, dass der Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende dann halt eben in den Wahlkampf zieht, halt eben auch als Kanzlerkandidat. Da hat sich, glaube ich, schon so einiges verändert, während es ja bei den Grünen, man eigentlich, obwohl man das von den Grünen ja auch kennt, diese Richtungskämpfe, die Frage gar nicht mehr stellt, weil ja davon Anfang an klar war, naja, die beiden, einer von den beiden würde das machen. Es war dann auch die Frage, wer von den beiden ist, das ist dieses Ding mit der Doppelspitze. Aber die werden ja nicht groß hinterfragt. Also bei mir stellt sich auch bei Annalena Baerbock am Ende am wenigsten die Frage, ob sie da bestehen wird, auch als Parteivorsitzende oder so. Sie tritt vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich glaube, wir werden ja jetzt nicht so sehen, dass die Grünen da irgendwie in sich kollabieren, weil man ja bewusst damit angetreten ist. Bei der CDU stelle ich mir das ganz anders vor, eben gerade eben, weil es halt eben auch so ein Kandidat ist, den halt den meisten aus der Basis nicht wollten und selbst die eigenen wichtigen Politikerinnen in der Partei gesagt haben, also eigentlich wäre uns ganz lieb, wenn jetzt irgendwie Söder übernimmt, ja, weil wir losen hier alle ab, wir verlieren hier alle unsere Posten und ich glaube, Armin Laschet wird sich nicht lange halten können nach der Basis. Nein, nein. Also wie lange hat er noch? Zwei Wochen, darf er noch in die Koalitionsverhandlungen, das ist eine Frage der Zeit, bis Friedrich Merz oder irgendjemand anders da putscht oder Söder um die Ecke kommt mit irgendeinem gemeinen Interview, ja, was dann irgendwie... Also es heißt ja, es heißt ja, dass Laschet seinen Posten als NRW-Ministerpräsident auch aufgibt. Ja. Selbst wenn er nicht Kanzler wird. Das heißt, er ist auch als Ministerpräsident in NRW so beschädigt, dass wenn er da nicht zurücktritt, auch die CDU da noch richtig Schaden nehmen wird bei der nächsten Landtagswahl. Deswegen muss er eigentlich von allen Ämtern zurücktreten sein. Ja, er ist jetzt wirklich in die Enge gestiert, ne? Er ist, er kommt da, glaube ich, jetzt gar nicht mehr raus. Also das weiß er auch und ich finde, das merkt man ihm ja jetzt auch schon in jedem Auftritt an, ne? Selbst wenn er zwei Kindern gegenüber sitzt, so, Söder hat herzlich gelacht, dann... Ich meine, er tut mir schon fast ein bisschen leid. Ich meine, nicht wirklich, aber... Naja, also... Aber wie wenig fähig musst du denn sein, dass du selbst gegenüber Kindern wie ein Arschloch wirkst? Ja. Ja, das hat mir auch, also nicht, weil Armin Laschet mir leidtut, sondern weil ich halt irgendwie Empathie und Mitleid habe mit jeder Person, die so einen verlorenen Kampf kämpft, ne? Also man, wo man einfach denkt, so komm, lass es einfach. Geh nach Hause, ja... Du tust dir doch nur selbst weh. Mach dir ein Bier auf, irgendwie schalt den Fernseher aus und mach jetzt mal ein bisschen Urlaub, so, weil, also, ist ja, man kann das ja nachvollziehen, dass es einfach furchtbar sein muss, zu wissen, dass man eigentlich verkackt hat, ne? Und dass man, man hört die Hunde schon hinter sich, die halt irgendwie kommen, um einen in den Abgrund zu ziehen, ja? Ganz vorne wird dann übrigens nicht Söder sein, sondern Friedrich Merz. Ja. Also, dann liest man ja so Ideen, dass unter anderem Brinkhaus weiterhin Fraktionschef sein wird. Kann natürlich sein, dass das auch nicht, also, dass das wirklich so passieren wird, aber wer, wer denn glaubt denn nicht, dass Friedrich Merz dann auf vollen Angriff macht und seinen ehemaligen Posten zurück will? Und um ehrlich zu sein, ist das schon fast ein bisschen unterhaltsam, dass wir nach 16 Jahren Angela Merkel, Friedrich Merz an der Spitze der größten Oppositionspartei dann im Bundestag zurückhaben werden. Ich meine, es wird die Partei der 90er Jahre sein, der CDU, die keiner mehr will. Und das ist, um ehrlich zu sein, für die Konservativen genau der falsche Weg. Das ist ein Megaproblem, ja. Ja, also nach diesem Wahlkampf, wenn sie jetzt verlieren, müssen sie sich eigentlich erneuern. Für Konservative ist das natürlich schwierig, aber zurück zu den 90er Jahren mit Friedrich Merz ist definitiv der ganz falsche Weg. Ja, ja. Also, es gibt ja auch da bei der CDU die Bemühung, so Richtung Klimapolitik zu gehen. Und es gibt da auch diese Gruppen, die versuchen, die CDU da in die richtige Richtung zu bewegen. Aber wenn Friedrich Merz da wieder das sagen hat, dann wird da nichts draus. Ja, ich mache mir auch wirklich so ein bisschen Sorgen um die CDU, ne? Also jetzt nicht, weil ich ihr irgendwie politisch in irgendeiner Weise nahestehen würde, aber... Sie ist ein wichtiger, integraler Teil des funktionierenden demokratischen Systems in Deutschland. Sollen wir doch mal eher nicht. Genau, das hast du sehr gut zusammengefasst, genau. Um es kurz zu sagen, ja, wir brauchen sie halt einfach, weil wir haben eine ganze Menge konservative Wähler, die werden jetzt nicht einfach verschwinden. Wir haben auch noch eine ganze Menge alte Wähler, die werden so oder so ihr Kreuzchen bei der CDU machen. Ganz egal, in welche Richtung sich die CDU jetzt da bewegt. Und dann sind die halt einfach, sagen wir mal, wenn es nur 15 Prozent sind, ja, oder wenn es 20 Prozent sind. Das ist ja aber irgendwie immer noch sicher, auch noch für eine Weile. Und da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken darüber, welchen Weg sie da nehmen wird. Man weiß es, also man kann davon ausgehen, die werden sich da jetzt zerfleischen. Mal schauen, wer am Ende dann irgendwie oben on top rauskommt. Und wenn es Söder ist, haben wir noch Glück? Das zappt er in die Hand. Und da würde ich auch sagen, wenn wir Söder bekommen, dann haben wir wahnsinniges Glück, weil der hat zumindest bestimmte Dinge erkannt, dass die Partei jünger werden muss. Dass er halt als totaler Opportunist jederzeit bereit ist, auch Klimapolitik zu machen, wenn er das Gefühl hat, dass das Fähnchen in die Richtung weht und so. Und das ist mir alle mal lieber, ja, also jemand, der vielleicht keine persönlichen politischen Ziele hat, aber dafür bereit ist, in den Diskurs zu gehen und auch redebereit ist, als so ein Friedrich Merz, der ja die Totalblockade ist politisch. Du kannst ja mit dem nichts mehr anfangen, aus keiner Perspektive zu spüren. Also Söder ist ein Machtmensch und Merz ist ein Ideologe. Und um ehrlich zu sein, wenn du in einer Demokratie lebst, dann möchtest du lieber den Machtmenschen, mit dem kannst du nämlich arbeiten. Mit dem Ideologen lässt sich nicht arbeiten. Ja, Merz denkt in schwarz-weiß. Merz ist ein krasser Populist, so im eigenen Sinne. Es gibt halt richtig oder falsch. Und falsch wird dann halt eben nicht gemacht. Aber damit scheidet er als Gesprächspartner völlig aus und führt die CDU damit zwangsläufig in eine Richtung, wo keine Partei ihr folgen kann, wo keine Partei mit ihr koalieren könnte. Und dann ist ja völlig klar, wer da als mögliche Partner noch übrig bleiben. Und ich bin mir nicht so sicher, auch wir wissen nicht, welches Neupersonal bei der CDU da ranreift. Ich bin mir nicht so sicher, ob dann nicht, wenn man dann doch eine ganze Weile in der Opposition, dreieinhalb Jahre mit der AfD saß, ob man sich dann nicht doch mal irgendwie nähergekommen ist bei einem Bier und feststellt, ach so schlimm sind die gar nicht. Aber Ostdeutschland hat sich genau gezeigt, dass diese Politik nach hinten losgeht. Also Hasehoff ist doch das beste Beispiel dafür, dass man als Union, dass man als Konservative da eine Brandmauer hochziehen muss und davon sogar politisch profitieren kann. Ja, das macht ja Armin Laschet auch deshalb immer wieder deutlich, also er bezieht keine klare Halt. Ach, der will gar nicht mit Maaßen zusammenarbeiten? Da bin ich ja ganz überrascht. Ja, der bezieht keine klare Halt. Also das ist auch totale Propaganda übrigens von Twitter und Co. Als ob Armin Laschet für eine Kooperation mit der AfD und Maaßen stehen würde. Nee, der hat daran kein Interesse, aber er weiß halt auch nicht, wie er sich effektiver abgrenzen soll. Also da fehlt ihm dann halt eben auch der Mut. Am besten er lässt er sich auf die Stirn tätowieren und das ist für die meisten noch zu wenig. So, das ist halt, er kann da halt schwer in diese Parteiverbände hineinregieren und man weiß, dass AKK daran auch schon gescheitert ist und man weiß halt eben auch, dass Thüringen halt eh ein schwieriges Pflaster ist, was da den Landesverband anbelangt und so. Also da wird es halt auch einfach schwierig für ihn. Ich meine, Maaßen hat keinen guten Listenplatz bekommen. Seine einzige Chance, in den Bundestag zu kommen, ist direkt gewählt zu werden. Und Armin Laschet hat deutlich gemacht, dass er das nicht möchte. Also. Ich glaube, ich glaube auch sehr viel, so viel mehr bleibt ihm da dann auch gar nicht anders übrig. Oder zumindest ich wüsste jetzt auch nicht genau die Mechanismen, da jetzt quasi Massennochwind rausnehmen kann, ohne auch irgendwie dieses sehr bröselige Gewicht aus Landesverbänden und Bundesverband irgendwie zu stören. Also ich halte das auch übrigens sehr, sehr gefährlich. Also dieser Ruf immer, übrigens auch in Deutschland, dass die Parteichefs wie eine Art Diktator alles bestimmen sollen. Es gibt demokratische Prozesse, es gibt innerparteiliche Demokratie und die führt dann halt zu solchen Dingen wie Maaßen als Kandidat. Das lehnen wir alle ab, aber an dem Prozess an sich auf eine undemokratische Art und Weise herumzudoktern, ist genau die falsche Variante. Man muss auch Vertrauen in das demokratische Prinzip haben, dass das dann funktioniert und am Ende entscheidet der Wähler. Und der Wähler wird sich nicht für Maaßen entscheiden. Und selbst wenn er sich für Maaßen entscheidet, ist der in der CDU-Fraktion auch hinten angestellt, um ehrlich zu sein. Das ist nicht die Masse der CDU. Und diese Panikmache bei Twitter und diese, ich halte das für zutiefst undemokratisch, um ehrlich zu sein. Immer dieser Ruf nach diktatorischem Eingreifung der Parteichefs in solche Vorgänge. Das ist ganz falsch. Auch das ganz falsche Signal gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, um ehrlich zu sein. Weil du dann das Gefühl gibst, egal welche Entscheidung sie treffen, es spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil irgendjemand anders das anders entscheidet und zwar Kraft seiner Wassersuppe. Und so funktioniert Demokratie nicht. Nicht innerparteilich und auch nicht außerhalb von Parteien. Nee, man muss ja da auch sagen, also die Parteien sind ja schon, also sie integrieren ja schon. Ich finde, also Maaßen ist natürlich schon ein wahnsinnig schwieriger Charakter, der so auch wenig mit der Partei zu tun hat, aber man weiß ja auch, was die Möglichkeiten sind, ihn loszuwerden und was das bedeuten würde. Nämlich ein sehr langes Parteiausschussverfahren, was ihm wahrscheinlich dann auch noch Bejubelungen etc. irgendwie als Märtyrer in der CDU zubringen würde. Grüße an die SPD. Wie lange haben die denn gebraucht, um ihren Sprechen da loszuwerden? Ja, und wie lange war Sarrazin, der eigentlich schon vergessen war, damit auch in der Presse uns unterwegs und konnte sich darüber profilieren und konnte sich halt irgendwie auch so als der Entrechtete darstellen und so. Das ist ein bisschen so, wenn Leute ständig nach Untersuchungsausschüssen rufen, wo man ja auch sagen muss, also irgendwann ist auch mal gut, also wir können ja nicht Untersuchungsausschuss an Untersuchungsausschuss hängen. Wir kommen ja nirgendwo an. Wir sind ja nur damit beschäftigt, das wieder aufzuarbeiten und am Ende gibt es ja trotzdem keine politische Konsequenz. Und so ähnlich ist es ja bei Parteiausschussverfahren auch. Du bist dann am Ende los, aber die Strömung, die ihn da zum Kandidaten gemacht hat, bist du ja nicht los oder so. Also das bleibt ja irgendwie bestehen, das muss man anders aufbrechen. Ich glaube auch, dass vielen in der CDU völlig klar ist, genauso wie Armin Laschet halt eben auch, dass der Weg nach rechts der falsche Weg ist. Deshalb macht er das ja auch in jeder Veranstaltung so deutlich und ich nehme ihm das auch ehrlicherweise ab, wenn er sagt, dass er da, ja, dass er auf keinen Fall mit denen zusammenarbeiten will und dass die Brandmauer steht. Ja, auch wenn es im Klein-Klein dann immer ein bisschen schwieriger ist, das auch in den Landesverbänden durchzusetzen. Aber wenn er erstmal weg ist und die CDU massiv verloren hat, dann bin ich mir nicht so sicher, ob es da nicht auch Leute gibt, die halt diesen Selbstmordkurs einfach weiterfahren, die das vielleicht nicht sehen. Also die schwarze Null ist auch ein gutes Beispiel dafür, es geht in die gleiche Richtung. Man hat gesehen, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und man ist selbst als CDU an dem Punkt, wo man weiß, eigentlich brauchen wir jetzt massive Investitionen und wir können so nicht weitermachen. Und man schreibt dann aber noch auf die Plakate, ja, das ist halt unser Fetisch. Wir machen einfach weiter so. Also das gerade, was man... Es gibt ja auch Leute auf kommunaler Ebene, die genau wissen, dass das der falsche Weg ist und ihre Partei permanent einbläuen. Also Leute, so geht das nicht weiter. Aber das kommt irgendwie in Konrad-Adenauer-Haus nicht an. Diese harte Ideologie-Grenze, ja, dass man irgendwie nur auf Grundlage von Ideologie-Politik machen würde und völlig irrational ist. Das trifft ja viel, viel mehr eigentlich auf die CDU zu, die halt so festgefahren und so starr ist bei den ganz wenigen inhaltlichen Punkten, die sie so hat. Das fällt einem halt nicht auf, wenn man 16 Jahre lang eine Kanzlerin hat, die alle Leute wählen, ohne große Fragen zu stellen. Ich meine, diese Kampagnen-Unfähigkeit übrigens der CDU, die uns, glaube ich, alle ein bisschen überrascht hat. Die sind völlig unfähig, Kampagnen mehr zu machen. Das ist ja fast so schlimm wie bei den Grünen. Also ist aber auch ein Beleg dafür, dass sie 16 Jahre lang Angela Merkel hatten, die sie nur auf ein Plakat pappen mussten und mehr brauchten sie nicht. Also Angela Merkel als Bild, da brauchte man noch nicht mal mehr einen Spruch. Da brauchte man nicht mal irgendeinen politischen O-Ton. Angela Merkel, CDU, das war der Wahlkampf. Kein Wunder, dass das Konrad-Adenauer-Haus nicht mehr fähig ist, Kampagnen zu machen und alles, was ihnen einfällt, die roten Socken-Kampagne ist. Das letzte erfolgreiche Kampagnen-Modell, das sie hatten in den 80er Jahren oder so. Das war das letzte Mal, als sie eine erfolgreiche Kampagne politisch gemacht haben. Ja, das letzte politische Projekt war ja auch Kohls Europa-Projekt, ja, vor 40 Jahren. Also muss man ja auch so sehen, das war ja das Letzte, was sie irgendwie angegangen sind. Danach haben sie ja immer nur verwaltet. Das ist ja eh auch total ironisch, weil Armin Laschet heute auf die Bühne geht und der nennt halt immer diese Adenauer, Kohl, Merkel. Und eigentlich verwaltet man seit Adenauer halt irgendwie das, was man halt irgendwie als Prestige und als Respekt da rausgezogen hat. Ja, und das Verwalten ist mittlerweile so marode, inhaltlich, strukturell. Also die CDU ist ein Paradebeispiel dafür, wie es Deutschland so generell geht. Es ist völlig marode, völlig runtergewirtschaftet und keine Innovationskraft mehr. Aber trotzdem wollen die weitermachen, ohne was zu ändern. Also es wäre lustig, wenn es nicht so tragisch wäre. Naja, aber um meinen Gedanken von davor vorzusetzen, ich glaube deshalb schon, es gibt halt in der CDU sicherlich Brandstifter, die sich verhalten wie trotzige kleine Kinder oder die den Schuss vielleicht auch nicht gehört haben, die vielleicht auch ernsthaft denken, dass man eine rechte Alternative aufbauen muss gegen irgendwie so ein rot-rot-grünes Lager oder so, dass jetzt die Zeit der Lagerwahlkämpfe gekommen ist. Damit geht die CDU zwangsläufig weiter nach unten und natürlich einer Spaltung entgegen. Je näher sie halt irgendwie diesem Rand rückt, umso mehr spalten sich von ihnen die sozialdemokratisierten CDU-Wähler irgendwie ab. Herr Merz ist ja auch der Meinung, man könnte die AfD-Wähler zurückholen. Und das Problem ist, so wie er es macht, ist das nur die Verstärkung der Wählerschaft für das Original. Ja, genau. Und die Sorge ist dann halt eben, dass das Original dadurch verstärkt wird, dass die CDU gleichzeitig weiter abbaut, dadurch aber eben die Sehnsucht dann vielleicht doch mit dem Original zusammenarbeiten stärker wird. Und so, dass es so ein sich selbst bestärkender Mechanismus ist, weil man von Anfang an in die falsche Richtung läuft. Und dann, dass halt das Ganze noch auffüllt mit diesen, also ich meine, das, was wir jetzt zuletzt von Friedrich Merz und auch anderem im Wahlkampf gehört haben, das kenne ich ja gar nicht, seitdem ich irgendwie auf der Welt bin. Das sind Sachen, die mir immer Leute erzählen von der CDU von früher. Diese 90er-Jahre-CDU, dass dann noch tatsächlich heute jemand irgendwie in einer Talkshow sitzt und dann sagt, ja, also Leistung muss sich wieder lohnen und wir fördern, durchfordern, ja. Und so, also diese ganzen Sätze, die man schon so durch war. Ja, also um ehrlich zu sein, das hast du ja von Christian Lindner in der Vergangenheit auch öfters mal gehört. Also ist nicht so, dass es völlig unbekannt ist. Ja, aber halt von der Zwölfpartzeit, also aber eigentlich war ja die CDU auch schon ein Stückchen über diesen, sagen wir mal, auch einfach populistisch ekligen Ton ja irgendwie hinweg. Das ist dann wieder da, jetzt kriegst du die 90er mal Intus. Und jetzt kommt wieder so der ganze Sozialhass kommt irgendwie durch. Ja, den haben wir ja nie überwunden. Der Ekel über die Schmarotzer und was nicht alles, das blüht jetzt wieder so auf. Und das finde ich auch einfach ganz egal, ob sie das jetzt irgendwie wieder zurückspült in die Parlamente oder nicht. Das verschiebt ja unseren Diskurs und wir merken ja auch schon, wie es unseren Diskurs verschiebt irgendwie, dass wir dann halt irgendwie doch darüber reden müssen und dass es präsent ist und so. Und Gedanken vielleicht bestärkt, die ja auch noch viele tragen. Und man muss ja nun mal schauen, wenn wir über Europa reden und wenn wir über Griechenland und Italien und so weiter reden, ist es völlig egal, wie sich diese Wirtschaften schlagen. Und es ist völlig egal, dass diese Länder immer noch damit beschäftigt sind, Schulden abzuarbeiten und ihre komplette Struktur umbauen mussten, um uns irgendwie zu gefallen. Ja, jetzt reden wir trotzdem wieder von den Italienern und den Griechen, die irgendwann unser Geld ausgeben. Und das ist ein Narrativ, das wirkt in Deutschland halt auch einfach wahnsinnig stark, diese Idee von, dass da wie ganz Europa unser deutsches Geld verpasst, was ja einfach eine Lüge ist. Ja, aber... Ja, klar, aber die CDU hat das halt... Also, die Tatsache, dass es ankommt, liegt hauptsächlich daran, dass die CDU natürlich hier eine soziale Spaltung fortgetrieben hat, die mit Hartz IV angefangen hat. Danke, SPD und Grüne. Und die haben das natürlich verschärft. Und anstatt das Problem der sozialen Spaltung in Deutschland mal anzugehen und sich um Arme in Deutschland zu kümmern, sagen sie, die Armen in Italien und in Griechenland, denen geht es gut, weil es euch schlecht geht. Ja, genau. Und das verfängt natürlich, weil das Problem ist, Menschen sind halt in bestimmten Situationen wie Hartz IV gelandet. Meistens nicht aus eigener Schuld. Es reicht ja heutzutage aus, mal krank zu werden. Ja, und dann bricht dir dein ganzes Leben weg. Wir sind ja mittlerweile auf dem Standard der USA angekommen. Das ist nicht... Für einen Deutschen ist das nicht verständlich, wie man ein soziales System haben kann, wie man eine Volkswirtschaft haben kann, die so reich ist. Und es geht nur eine Sache in deinem Leben schief. Und dein ganzes Leben gerät außer Kontrolle. Und du selber hast gar nichts getan. Du bist nicht schuld daran. Du hast keine Kontrolle darüber. Und dann kommt jemand und sagt dir, als Politiker übrigens, der dafür verantwortlich ist, dass diese Situation vorherrscht. Ja, natürlich ist das nicht deine Schuld. Das ist die Schuld von anderen, denen da draußen, den Fremden. Ja. Ja. Und das ist im Kern übrigens auch, woran Europa dann scheitern kann und wird, wenn diese Art von Denken sich wieder durchsetzt. Und das ist nicht weit weg, wenn wir jemanden wie Olaf Scholz als Kanzler haben übrigens. Mit einer Koalition, die dann eher so progressive neoliberale Politik fortführen wird. Und da kann dann eine Partei wie die CDU und der Merz oder vielleicht noch schlimmer diesen ganzen Hass und diese Wut schön konzentriert gegen alles Fremde richten. Das geht in Europa oder das geht auch gegen Menschen innerhalb von Deutschland, die irgendwie anders sind. Ja, und ich meine, aber was fängst du dann halt mit einer Partei an, die so denkt, ne? Ja, was sollst du damit anfangen? Das Problem ist ja, solange du diese sozialen Ungerechtigkeiten hast, wird das nicht weggehen. Und das Problem muss dann die nächste Bundesregierung lösen. Und wenn sie das nicht löst, dann wird dieser, naja, dieses ganze Fundament, auf dem man dieses Haus des Hasses wieder schön weiterbauen kann, nicht weg sein. Sondern es wird vielleicht noch gewachsen sein. Und da können wir ja vielleicht mal über die SPD reden, die jetzt vor Kraft nicht laufen kann und ganz falsche, wahrscheinlich ganz, ganz falsche Schlüsse aus diesem Wahlkampf ziehen wird. Ich hoffe doch, ich hoffe doch nicht, obwohl viele Jusos auf Twitter und so ein genereller Ton, den man jetzt hört, was anderes vermuten lassen. Ich bin gespannt, wie hoch die Lernfähigkeit ist. Ja, also klar, auch mit der SPD sind ähnliche Sorgen verbunden, dass sie jetzt halt ihren kurzweiligen Triumph jetzt halt irgendwie nutzt und sagt, naja, wir sind wieder da. Also das, was sie jetzt auch schon sagen. Und das stimmt einfach nicht. Sie sind jetzt diesen Wahlkampf da. Sie haben das Glück gehabt. Sie haben wahnsinnig viel Glück gehabt. Ja, das war alles nur Glück. Es gibt gute Artikel auch im Englischen, die darüber schreiben, dass es eigentlich jede Menge Glück war, was Olaf Scholz da hatte. Ja, oder das ist, selbst wenn es am Ende irgendwie drei, vier richtige Entscheidungen waren, die mit dazu geführt haben. Ja, wie zum Beispiel die frühe Kandidatenauswahl, das muss man ja sagen. Aber dann ist es was, was halt innerhalb dieses Wahlkampfkontextes halt funktioniert hat. Aber das funktioniert ja nicht in anderen Kontexten. Also man kann auch dieses Potenzial von der SPD, von der CDU ja nur begrenzt abziehen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen im Kontext des Buches von Kostnern, dass diese beiden Parteien eigentlich miteinander verlinkt sind. Und wenn die eine runtergeht, geht die andere zwangsläufig irgendwann auch runter. Man braucht ja irgendwie ein Gegenüber auch als Volkspartei und so. Irgendwas, woran man greiben kann und gleichzeitig auch abziehen kann. Und wenn beide nach unten gehen, wird dieses Potenzial auch nicht mehr da sein. Und die SPD sollte jetzt nicht ihren Weg der Erneuerungen aufgeben, wenn sie ihn überhaupt schon richtig angefangen hat. Aber sich darauf zu verlassen, dass einem vier Jahre nochmal so ein Kandidat wie Olaf Scholz irgendwie einfällt und man dann eh nicht einen Wahlkampf machen kann, wird nicht passieren. Ich meine, Olaf Scholz ist 63, wa? Ja. Wenn der jetzt noch acht Jahre macht, ist das vier. Naja, selbst wenn Olaf Scholz antritt, ja, und die schaffen das nochmal. Aber in acht Jahren, da sind schon wieder eine ganze Menge, um es mal ganz hart zu sagen, SPD und CDU wieder gestorben. Und eine ganze Menge sind nicht nachgekommen. Ich habe jetzt mit Stefan auch vor kurzem mit zwei SPDler darüber gesprochen von den Jusos. Und wenn man dann fragt, woher kommt ihr eigentlich, also was hat euch in die SPD geführt, dann war das einmal Martin Schulz, ja, der halt eben zumindest mal zwischenzeitlich ja einen ganz anderen Weg gegangen ist und gesagt hat, ey, ich bin hier der mega geile Europakanzler, ja, das werde ich werden. Und der, der damit auch sehr erfolgreich war, aber der halt eben was Neues versprochen hat, was Aufregendes, ja. Und die anderen sind eingetreten, weil sie damals die GroKo abwählen wollten, ja. Und Kevin Kühn hat gefolgt sind, der gesagt hat, kommt alle in die SPD, ja, und dann sorgen wir dafür, dass die GroKo nicht gibt. Und das sind die Motivationen für junge Menschen, in die SPD einzutreten. Ja, und man kann sich ja jetzt überlegen, was davon Olaf Scholz halt irgendwie verkörpert. Für den ist jetzt keiner eingetreten, für das Programm ist auch keiner eingetreten. Das heißt, entweder es fällt einem jetzt irgendwie ein Weg in die Zukunft ein, wie man dieses Martin-Schulz-Moment irgendwie wieder rekreieren kann und sagt, wir haben hier einen Plan für Europa oder für unseren Sozialstaat und so, das ist die SPD in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Oder man hat halt irgendwie vielleicht das Glück, dass man nochmal ein paar Mal in die GroKo geht und dadurch noch ein paar Leute irgendwie abwirbt, ja, die dann kommen, nur um dagegen zu stimmen. Aber ansonsten wird es halt schwierig, ja, neue Menschen zu animieren. Und für junge WählerInnen gibt es halt inzwischen die Grünen. Und klar, der Linken geht es auch schlecht, ja, aber mal schauen, ob es da nicht dann doch irgendwie ein paar gibt, die da auch darüber gehen, gerade wenn die Linke vielleicht im Zuge von Koalitionsverhandlungen oder dem Wittern von der Möglichkeit vielleicht auch mal in die Koalition zu kommen, vielleicht auch ein bisschen gesprächsbereiter wird. Übrigens für junge Wähler gibt es in bestimmten Bereichen von Deutschland auch die AfD. Ja, das kommt noch hinzu. Das wird übrigens noch überhaupt gar nicht beobachtet. Also vielleicht um die AfD in diesem Wahlkampf mal kurz abzufrühstücken, die war ja Gott sei Dank relativ unauffällig. Ja, die ist halt nicht durchgedrungen. Ja, aber die wird ihr Potenzial von 11, 12 Prozent im Bundestag halten. Ja. Also da sind sie jetzt erst mal angekommen. Und im Vergleich zu CDU und SPD ist das Wählerpotenzial der AfD bei weitem nicht so alt. Ganz im Gegenteil. Also wenn die alten Leute in bestimmten Bereichen in Ostdeutschland wegsterben, dann holt die AfD da absolute Mehrheiten. Ja, und man kann von den alten Leuten ja auch sagen, was man will, aber die haben halt jetzt, ne, die haben halt andere Sachen miterlebt als wir und die haben jetzt keinen Hang zum Faschismus, so, ne? Ja, das kann man, also zur Diktatur, man kann nicht gerade sagen, dass die Rentner-Generation in Ostdeutschland zur Diktatur leidt, ganz im Gegenteil. Also man kann unserer Eltern-Generation wirklich viel und Großeltern-Generation sicherlich viel, was irgendwie politischer Pennt uns so anbelangt, vorwerfen. Ja, aber das sieht man ja ganz deutlich auch in jeden Umfragen, so, bei denen wird nicht viel AfD gewählt. So, das ist, die Angst vor Braun wirkt ja sehr deutlich. Und das auch, was ihnen nach 45 halt irgendwie eingekloppt wurde in den Kopf, das funktioniert ja schon noch, ne? Dass man das halt auf gar keinen Fall macht, selbst wenn man mega unzufrieden ist mit der Politik. Und wir sehen gleichzeitig wahnsinnig viele junge Menschen, die in Umfragen sagen, ja, Demokratie weiß ich jetzt gar nicht, ob mir das so wichtig ist und so. Ich kann damit irgendwie nichts abfragen. Naja, was bringt denn diesen jungen Menschen die Demokratie, mal ganz ehrlich? Also die einen gehen zu den Grünen in der Hoffnung, dass es besser wird und die anderen haben in wirklich jungen Jahren schon jegliche Hoffnung aufgegeben und wählen AfD, um ehrlich zu sein. Ja. Also die Wahl von jungen Menschen für die AfD ist im Großen und Ganzen, ein Ausdruck von absoluter Hoffnungslosigkeit und Misstrauen gegenüber dem Funktionieren von Demokratie für sie in ihrem Lebensweg. Und das wird absolut nicht registriert, um ehrlich zu sein. Naja, ich glaube doch, die Jungen sind da zum Teil halt auch schon gedanklich weiter. Also die sehen die Probleme, die wir am Anfang angesprochen haben, die uns die nächsten 10, 15, 20 Jahre beschäftigen werden. Ja, und die Kursschlussreaktion ist entweder wir wählen die Grünen oder die AfD, was natürlich schräg ist. Also das sind zwei völlig verschiedene Gegensätze, wo wir wieder bei dem Thema sind, das man an Parteien braucht, die sich reiben. Und keine Reibung ist so intensiv wie Grüne gegen AfD. Ja, genau. Das ist halt eben die Stehenheit eben genau an diesem gesellschaftlichen Spaltkram, den Michael Kost in seinem Buch auch beschrieben hat. Das als Beispiel wird ja immer die Migrationsfrage genannt, aber es geht ja generell darum, schaffen wir irgendwie innerhalb des globalen Systems, ja, deshalb werden die Grünen auch oft so oft despektierlich, aber auch als Globalisten und so, schaffen wir innerhalb dieses globalen Systems einen Umgang damit, können wir quasi einen positiven Umgang auch mit Migration etc. halt vorzeichnen. Menschen kommen zu uns, das Deutschland verändert sich in dieser Art und Weise und wir bauen halt quasi Neusland darauf. Und auf der anderen Seite hast du halt eben genau das Konträre dazu, nämlich wir machen dicht. Ja, also wir geigeln uns ein und wir sorgen dafür, dass es uns hier in unserem Kontext gut geht, aber mit der Welt da draußen wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also letztendlich war ja der Trump-Wahl auch sowas in der Art. Oder der Kontext für die Wahl, für die AfD ist wie bei Trump. Ja. Mein Leben ist absoluter Mist und keiner hilft mir. Also nehme ich hier mal diese Handgranate und blase einfach alles in die Luft. Ja. Das ist die einzigste Möglichkeit, die mir hier noch bleibt. Das ist ungefähr der Ausdruck, den ich, also das ist ungefähr die Übersetzung, die ich davon habe, wenn man mit 18 Jahren AfD wählt. Mein Leben hat keinerlei Hoffnung und ich will, dass es euch genauso geht. Ja, ich glaube, es gibt schon viele, die... Überzeugung ist natürlich auch immer dabei. Ja, aber ich glaube, es gibt auch viele, die tatsächlich so ein bisschen auf den Untergang warten. Das ist jetzt auch nicht, die sind jetzt nicht tiefst, zutiefst rechtsextrem oder so. Weißt du, was nach Untergang kommt? Neuaufbau. Irgendwas anderes. Und wenn... Das wird uns ja auch als Generation die ganze Zeit erzählt. Also wir haben das, also das begleitet uns ja. 9-11 irgendwie als erstes großes politisches Ding. Finanzkrise, Geflüchtetenkrise und so weiter und so fort. Also wir werden ja quasi von... Das ging sicherlich anderen Generationen her, haben das auch so wahrgenommen. Ja, aber von Krise zu Krise zu Krise zu Krise. Man wartet die ganze Zeit irgendwie auf den Super-GAU. Also die einen, die schon feiern, dass der Kapitalismus so nicht weitermachen kann und hoffentlich bald vorbei ist. Ja, und die anderen, die halt irgendwie die Klimakrise sehen, ja, die uns irgendwie alle umbringt. Ja, und die Nächsten, die halt eben die Migration als Riesengefahr sehen. Und man sieht, wie hilflos man ist irgendwie angesichts der globalen Konflikte und der ganzen Player, die es da halt irgendwie gibt. Wie so ein Finanzsystem völlig aus dem Ruder läuft, ja. Und irgendwie bleibt das System aber das Gleiche. Und wenn man aber einen Untergang herbeiführen kann, wie zum Beispiel mit der Wahl der AfD, dann hat man wenigstens die Hoffnung darauf, dass wenn der Untergang vorbei ist, dass man dann neu beginnen kann. Ja, und sie versprechen trotzdem halt irgendwie, obwohl ja ihr Programm total rückwärtsgewandt ist, ja so das Gegenteil letztendlich von Stillstand. Also man weiß ja, mit der AfD an der Macht würde sich alles verändern. Also das kann man definitiv sagen. Nichts würde mehr so bleiben, wie es ist. Und genauso wie letztendlich auch viele Grünen-Wählern hoffen, dass sich mit den Grünen an der Macht alles ändern würde. Dass man halt alles neu macht. Dass man halt alles nochmal auf den Prüfstand stellt und was Neues anfängt. Und vielleicht ist beides auch ein Stück weit auch so eine Trotzreaktion auf die Elterngeneration und Großelterngeneration. Auf dieses total träge politische System, was einen irgendwie tagtäglich anätzt und annervt. Irgendwie dadurch, dass es so starr ist, so unbeweglich. Was ja auch sein großer Vorteil ist, dass es halt mega stabil ist in sich. Aber es nervt ja auch. Man sitzt vor diesem Problem und denkt sich, Leute, jetzt macht doch mal. Das denke ich mir bei 12 Euro Mindestlohn auch immer. Leute, warum nicht schon lange 13 Euro? Ja, 12 Euro, selbst wenn ihr 12 Euro jetzt einführt, reicht noch lange nicht aus, meine Freunde. Ja, oder warum schreibt nicht einfach mal irgendjemand aufs Plakat 15 Euro? Also was soll euch denn passieren? Also am Ende geht man doch eh in die Verhandlungen. Grüße an Erik von Malotki, der fordert tatsächlich in seinem Wahlkampf schon 15 Euro. Ja. Und wir wissen doch auch alle, dass man geht in die Koalitionsverhandlungen, man diert es miteinander aus. Und am Ende kommt man doch eh bei 13,50 Euro aus. Deshalb macht es aber überhaupt keinen Sinn, wenn die SPD 12 Euro darauf schreibt. Weil man kann sich das ja schon vorstellen, wie, ja, wir gleichen das dann an, den Mindestlohn, innerhalb von vier Jahren, an 12 Euro oder so. Wir fangen jetzt mal an bei 10,30 Euro. Jedes Jahr kommt 15 Cent dazu. Und wenn wir dann soweit sind, dann ist schon völlig klar, dass wir es eigentlich auch vergessen können. Weil dann ist schon wieder zu spät. Dann müssen wir schon wieder auf die 15 Euro hoch. Ja, und dass es eine Politik ist, die natürlich egal aus welchem Punkt ist. Jetzt haben wir Gemeinsamkeiten von Grünen und AfD festgestellt, aber es ist natürlich absolut nicht die gleiche Partei. Nein, um Gottes Willen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also es gibt, glaube ich, du hast es auch gut beschrieben, es gibt halt einen Grund, warum junge Menschen sich zu diesen Parteien hingezogen fühlen. Und bei der AfD ist es halt gefährlich. Ja. Und wir müssen halt nicht abwehrend permanent darüber reden, wie böse die AfD ist, sondern wirklich die Menschen wieder mitnehmen. Also Menschen verabschieden sich nicht ohne Grund aus dem demokratischen System und wählen dann solche Parteien. Man kann die durchaus wieder zurückholen, aber man kann sie nicht behandeln wie Aussätzige. Das wäre genau die falsche Variante. Aber wie gesagt, in diesem Wahlkampf ist mir das immer noch zu wenig beobachtet worden, weil die Reaktion bei AfD-Wählern immer ist, die sollen mal von alleine zurückkommen. Naja, ich glaube auch bei AfD-Wählern, also das, was man ja immer sagt, man soll irgendwie zuhören und sie wahrnehmen. Ich glaube halt, dass es damit nicht so ist, dass man den Stimmen dieser Menschen zuhört, sondern man muss sich halt die Regionen anschauen, aus denen sie kommen. Ja, man muss strukturell vor allem was verändern. Ja, man muss sich halt anschauen, auch was kann man aus den Regionen halt machen und so. Also und ein Stück weit muss man da vielleicht auch ehrlich dann sein mit den Wählern, die halt in bestimmten Regionen, die halt einfach aussterben, sitzen und ihnen halt auch einfach aufzeigen. Das ist der Weg, den eure Region gehen wird und die Jobs kommen nicht zurück. Es sei denn halt, es kommen auch Menschen hierher, also man steht ja auch vor schwierigen Vermittlungsproblemen da, aber ich glaube, man nimmt sie halt dann doch sehr begrenzt wahr und man nimmt sie halt wahnsinnig wenig auch ökonomisch wahr und so und in ihren... Das sind übrigens die Regionen, wo die Grünen sagen, da wollen wir, dass jeden Tag, also dass jede Stunde ein Bus fährt. Ja, also um mal nur um das Thema Ehrlichkeit anzusprechen. Wie das finanziert werden soll, sagt sie, also jetzt die grüne Partei dann auch nicht. Und das ist natürlich blöd, jetzt nach der Finanzierung zu fragen, aber das ist für mich so prinzipiell halt auch ein Kernthema. Wenn die Grünen darüber reden, dass in jedem Dorf jede Stunde ein Bus fahren soll, aber finanziell, strukturell nicht umstellen, dass der Bund mehr Geld direkt in die Kommunen gibt, dann wird das niemals passieren. Naja, aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also für wen halten wir denn diese Kommunen am Leben? Also das ist ja, also ich meine, das ist ja das Ding. Na, wieso halten wir die Städte am Leben? Die produzieren jede Menge CO2. Warum ziehen die Leute nicht aufs Land und fahren mit dem Fahrrad zu ihrem Job? Naja, die Leute ziehen halt eben nicht aufs Land. Nein, die Leute ziehen in die Städte. Also der Transaktivierung ist ja da. Das ist eine unfaire Frage, weil ich finde es nicht gerechtfertigt zu sagen, als junge Generation, warum lebt die denn da auf dem Land und warum investieren wir überhaupt das? Also diese Menschen bezahlen auch Steuern. Diese Menschen sind die Polizisten, Feuerwehrleute, Handwerker, die das Leben in der Stadt überhaupt erst ermöglichen. Also ist ein bisschen ungerecht die Frage. Findest du, weil ich sehe ja dann auch, also Land boomt ja, das ist ja, das Land boomt ja, aber es boomt halt eben an den großen Städten entlang. Also und der Urbanisierungstrend ist ja nichts, was einfach aufhört. Also die Regionen geht es ja schlecht, weil wahnsinnig viele junge Menschen von Nordberg gegangen sind, weil sie in die Stadt gezogen sind. Und ja nicht nur, weil es in der Stadt Jobs gibt und so weiter und so fort, sondern weil es ja in der Stadt, die Stadt ja auch ein Lebensversprechen und ein Lifestyleversprechen und so weiter ist. Ja, aber die jungen Menschen, also junge Menschen gehen natürlich vom Land auch weg, aber kommen auch wieder. Und zwar viel mehr jetzt auch in der jüngeren Generation, als man sich das so vorstellen kann. Und junge Menschen können sich gar nicht leisten, in der Stadt zu wohnen. Also vermehrt wird sich das auch so dahin entwickeln, dass junge Leute natürlich nicht direkt im urbanen Raum mehr wohnen können, weil sie sich gar nicht leisten können. Das glaube ich auch. Aber ich meine, dann sieht man doch, aber dann würde ich ja sagen, dann hast du halt eben Regionen, also schau dir in Brandenburg zum Beispiel Oranienburg oder so an. Das ist ja jetzt schon fast so teuer wie Berlin. Ja, eben. Da können ja die jungen Leute dann auch nicht mehr wohnen. Das ist ja auch ein Thema, das hier permanent extremer wird. Wir hatten jetzt letztes Jahr, die Mietpreisbremse für Brandenburg wurde für die Vielzahl von Regionen mittlerweile abgeschafft, was absolut katastrophal ist. Ja, natürlich. Aber was ich sagen will, ist ja die, also Brandenburg hat ja immer noch wahnsinnig, das ist ja wahnsinnig viel Agrarwüste. Also die Fläche ist ja da, um auch Brandenburg weiter auszubauen. Und ich würde ja auch immer sagen, naja, was wir brauchen, sind halt irgendwie Bahnen, die so schnell wie möglich von Berlin nach Brandenburg rein und raus fahren. Ja, und halt im Bestfall halt irgendwie ein Radius abdecken von, sagen wir mal, eine Stunde Autofahrt von Berlin entfernt. Ja, aber dann reden wir, also ich würde auch sagen, in Brandenburg reden wir nicht zwangsweise von dem leeren Dorf, sondern wir reden wirklich von Ballungszentren um Städte herum. Ja, genau. Und da ist Leben und da tut sich auch was. Und ich glaube auch, dass man da sehr gut in der Lage ist, das sehe ich in dem Dorf von meinen Eltern auch, dass es einfach, da ist Zuzug, da tut sich was, da ist Gesellschaft am Leben, da sind Kinder, ja, und da wächst das Dorf auch jedes Stück weit. Ja, und da ist das Land wirklich am Florieren und da tut sich wahnsinnig viel. Aber wenn man zweieinhalb Stunden von Berlin entfernt in Jüterburg ist, ja, da fährt keine Ahnung von Jüterburg. Da fährt die Regionalbahn innerhalb von 45 Minuten nach Berlin. Und unsere Bodenpreise sind explodiert. Berliner ziehen tatsächlich, die ganze Agrarfläche hinterm Haus meiner Eltern war jahrelang ungenutzt. Jetzt kannst du den Bodenpreis dann nicht mehr bezahlen. Ich habe versucht, da ein Grundstück zu erwerben. Nicht mehr bezahlbar. Meine Eltern haben das im Grunde im Boden für einen Apfel und einen eingekauft. Mittlerweile bezahlst du da für 500 Quadratmeter 70.000 Euro. Ja, aber weil es die Nähe zu Berlin hat. Naja, klar, aber das ist ja halt dann nicht die Wüste irgendwo Jüterburg. Das ist mittlerweile Südbrandenburg. Das zieht sich fast bis an die Grenze ran, dass Leute aus der Stadt rausziehen, weil die Verbindung übrigens auch nach Berlin gar nicht so katastrophal ist. Aber die arbeiten ja alle in der Stadt. Und die wollen auch die Bindung zur Stadt. Und die Region, je näher du an der Stadt dran bist, umso teurer ist es. Und es gibt auch einfach Regionen im ländlichen Raum in Sachsen, in Niedersachsen. Also die gibt es ja nicht nur dort, die gibt es ja auch in Nordrhein-Westfalen. Also man muss ja daraus auch kein reines Ost-West-Ding machen. Also es gibt ja einfach überall das Phänomen von, das hat auch viel mit Wahlrechtsreformen und so weiter, das hängt ja da alles dran, dass wir einfach Regionen haben, die wahnsinnig schwer sind zu geleben. Wo sich auch einfach, nicht dadurch, dass man das jetzt nur politisch verkackt hätte, sondern da hat sich auch einfach Gesellschaft verändert. Und da sehen wir, da ziehen wahnsinnig viele Menschen weg und die ziehen halt zumindest ran an die Ballungsräume. Und dadurch entstehen natürlich auch Probleme in den Ballungsräumen. Ich finde es auch nicht geil, dass man in Oranienburg jetzt genauso viel für eine Wohnung bezahlt wie in Berlin. Ja, und das muss man auch politisch lösen mit Mietpreisbremse und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss man ja einen Umgang finden mit den Regionen, die ja nur noch weniger werden. Ja, weil Deutschland wird ja einfach weniger. Also wir werden jedes Jahr weniger Deutschland schwimmen, wenn man will. Ja, und der Umgang, also die Frage ist noch gar nicht beantwortet und die Antwort kann nicht sein, wir machen euch jetzt mal noch sprachloser. Oder wir stellen euch da an die Seite, weil ihr interessiert uns nicht. Das ist genau die falsche Reaktion. Nee, aber warum macht man den Menschen kein Angebot? Also warum, ne? Also ich finde, man kann, ich verstehe auch nicht, warum man, also man, warum kann man nicht ehrlich damit umgehen? Weil man kann man nicht sagen, euer Dorf, Leute, ihr wart hier mal 1500, jetzt seid ihr 200. In der Umgebung gibt es keine Jobs, ja, aber wir bauen halt dort und dort neu. Ja, ihr könnt da hin. Warum nicht? Also warum schafft man es nicht, auch Umbau gesellschaftlich dann irgendwie in die Richtung zu forcieren, in die man möchte und so, dass es gelingt? Oder man muss den Menschen halt ernsthaft sagen, Leute, Deutschland stirbt. Wenn ihr keine Migration wollt, dann wird euer Dorf sterben, ja? Also entweder hier kommen Menschen her, weil wir sie holen, oder euer Dorf stirbt, weil Deutschland stirbt. Also das ist ja am Ende eine ganz einfache Rechnung. Und ich glaube aber, das hat man den Menschen halt so noch auch gar nicht dort vermittelt. Sondern was man eben macht, ist genau das Gleiche wie in den Flutgebieten, dass man nämlich als Politiker wieder in so ein Flutgebiet geht, was jedes Jahr wahrscheinlich davon, ja, jetzt regelmäßig davon betroffen sein wird. Wir kennen alle die Region, ja, da muss man mit Geologen in Deutschland sprechen, die können ja das alles ausrechnen, ja, was von, in welcher Weise von der Flut betroffen sein wird die nächsten 20 Jahre. Und was macht man? Man geht dorthin und sagt, ja, pass auf, ihr kriegt ja 20.000 Euro, um euer Haus neu zu bauen. Dann bauen die das wieder dahin und dann ist da zwei Jahre später wieder Flut und es wird wieder weggeschwemmt, ja. Und man baut da wieder Regionen aus und kommt mit diesem Versprechen an von, ja, es wird alles wieder gut. Wir machen alles wieder schön für euch und kann das gar nicht erfüllen. Und davon sind doch die Menschen auch zu Recht in Ostdeutschland angepisst, dass man immer gesagt hat, es wird alles wieder gut. Euer Dorf kommt zurück, eure Jobs kommen zurück. Wir können das hier wieder hinkriegen. Und am Ende kriegt man es eben doch nicht hin, weil sich halt Dinge verändert haben und weil man eben nicht bereit ist, so wahnsinnig viel zu investieren, dass es gelegen würde. Weil dazu ist Politik dann eben auch nicht bereit zu sagen, wir bauen hier ein Krankenhaus für euch, wir bauen hier neue Bahntrassen für euch und all das. Ja, für 200 Leute, die hier noch in dem Dorf wohnen, ja, für, weiß ich nicht, 50 Millionen für jedes Dorf. Dazu ist man nicht bereit, aber man ist auch nicht bereit, den Menschen ehrlich zu sagen, entweder ihr zieht hier weg oder ihr akzeptiert, dass mehr Menschen hierher kommen. Und am Ende steht man dann halt mit leeren Versprechen und die Menschen, die die Politiker wählen sollen, wissen schon, dass die Versprechen leer sind und dass ihr Dorf eigentlich nicht zurückkommt. Und das ist doch dann bitter. Also, und da macht man sich dann auch nicht ehrlich und ich finde, da hört man dann auch den Menschen in den Regionen nicht richtig zu. So, weil das ist ja nicht das, was sie wollen. Sorry. Nee, ist ja richtig, ist ja richtig. Naja, grundsätzlich kann man sagen, das wird halt so schnell wahrscheinlich nicht gelöst werden, weil es fehlt da auch wieder an den großen Fragen und der Ehrlichkeit. Gut, erstmal muss man sich die Frage stellen und dann muss man sich der Tatsache stellen, dass die Antwort vielleicht nicht so angenehm ist und vielleicht auch politisch schwierig. Aber da kann man sagen, du und ich, wir müssen ja diese Fragen nicht umsetzen. Und um ehrlich zu sein, dafür werden dann auch Kanzler bezahlt, dafür werden Abgeordnete bezahlt, um die schwierigen Fragen zu stellen, um sich der Verantwortung zu stellen. Ja, sie können sich nicht permanent damit rausreden, aber wenn wir das so machen, verlieren wir ja unseren Platz im Bundestag. Sorry, ihr seid in der Politik. Politik bedeutet auch, schwierige Entscheidungen zu treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ihr dafür halt bei einer Wahl verliert, dann verliert ihr dabei bei einer Wahl. Aber das ist fucking euer Job. Ja, das geht man ja auch merken. Ich bring das übrigens in Ostdeutschland immer so, weil es hier halt schon passiert ist, das alles, was du beschrieben hast. Tun wir doch nicht so, als ob das in Westdeutschland nicht auch möglich ist. Und es gibt ganze Regionen in Westdeutschland, auch ländlicher Raum, denen das mindestens genauso geht. Und die einzige Tatsache, dass da noch nicht massenhaft AfD gewählt wird, ist die Verbindung zur CDU. Wenn das erstmal wegbricht, dann Halleluja. Also das ist hier eine Horror-Story, die noch nicht richtig angekommen ist, wenn die CDU die Verbindung in diese ländlichen Räume in NRW verliert. Ist da ein Vakuum, das gefüllt wird übrigens. Und zwar genau von solchen Parteien wie der AfD. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen bringe ich das hier immer wieder an mit Ostdeutschland. Weil das wirklich eine Warnung ist, wie sich das entwickeln wird. Weil um ehrlich zu sein, Menschen im ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen sind nicht anders als Menschen im ländlichen Raum in Brandenburg. Das wird nur immer so erzählt. Ich meine, wir sind ja auch ein kleines Land. Also es kann nur wirklich nicht in unserem Interesse sein, dass wir natürlich so eine Entwicklung haben wie in den USA. Also dass wir am Ende ein politisches Lager zwischen Stadt und Land halt irgendwie sich aufbaut. Und dass man eigentlich gar nicht mehr in eine Kommunikation kommt. Und da steuern wir ja auch so ein Stück weit drauf zu. Also die CDU hat sich ja auch schon mehrfach inzwischen so als Landpartei und so halt irgendwie inszeniert. Also da macht man dann halt wahnsinnig gerne Politik gegen halt irgendwie dieses großstädtische Milieu. Weil man halt hofft damit dann halt eben auf dem ländlichen halt abzustauben. Und gleichzeitig hatten wir das ja aber auch schon in Bezug auf die Wahlversprechen. Jetzt ist ja genau das, was wir am Anfang kritisiert haben. Die CDU verspricht Sachen, die kann sie halt niemals halten. Weil sie halt auch nie jemand darauf festgenagelt hat. Das ist halt wie dieses Ding mit wir investieren, wir werden euch entlasten. Ja und gleichzeitig machen wir keine Schulden. Und letztendlich ist das genau das, was man in strukturschwachen Regionen halt auch immer erzählt hat. Also wir werden hier investieren und ihr werdet mehr und ihr kriegt alle Jobs irgendwie so. Und das ist offensichtlich nicht aufgegangen. Aber das verspricht man seit 20 Jahren und Menschen warten ja auch in den Regionen tatsächlich darauf. Wann kommt es denn irgendwie? Und da ist man nicht bereit zu sagen, dass es nicht kommen wird. Und das ist die Frage, ich glaube die CDU kann so nicht weitermachen, weil sie ja auch sieht, dass man ohne Programmatik kommt man auch nirgendwo an. Jetzt ist nur die Frage, welche Programmatik sie sich suchen. Ich bin sehr gespannt, was Friedrich Merz uns denn erzählt. Dass wir die nächsten 10, 15 Jahre Dinge stärker aushandeln werden politisch. Weil die Parteien sich halt jetzt stärker auch darum bemühen müssen, ein Klientel zu finden. Die Selbstverständlichkeit beim Wählen wird weggehen. Man muss tatsächlich den Menschen ein Stück weit überzeugen. Und das würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende mit einer Konstellation dastehen von vielleicht drei relativ gleich starken Parteien, vielleicht sogar vier relativ gleich starken Parteien, wo man dann halt wirklich intensiven Wahlkampf machen muss, um diese fünf Prozent dann irgendwie zu kriegen, um den Kanzler zu stellen und die Kanzlerin. Und das würde mich auch bei dieser Wahl schon ehrlicherweise nicht groß wundern, wenn die Entwicklungen am Ende gar nicht so massiv sind, sondern wir dastehen mit irgendwie so 17 Prozent Grüne, 21 Prozent CDU und 23 Prozent SPD. Ja, auch das ist ja möglich. Und dann, klar, irgendjemand hat da jetzt den Anspruch, einen Kanzler zu stellen, weil er drei Prozentpunkte mehr hat. Aber am Ende, ja, muss man ehrlicherweise sagen, das nimmt sich alles nicht so viel. Also jeder von denen könnte jetzt eine Koalition basteln. Ja, also diese Erzählung ist ja immer, die Bürger haben entschieden, Olaf Scholz soll der Kanzler werden. Okay, 23 Prozent Olaf hast du geholt. Okay, das ist jetzt kein Mandat für eine Kanzlerschaft. Und wenn sie dann in die Koalitionsverhandlungen gehen und da rauskommen und sagen, also die Bürger haben für diese Koalition gestimmt. Ähm, nö. Für so eine Koalition stimmt übrigens kein Bürger, das steht nicht auf dem Wahlzettel. Also ihr, ihr habt schlechten Wahlkampf gemacht. Ihr habt keine Ideen gehabt. Alles, was wir hatten, war Personal. Und dann sind die Parteien schuld und natürlich die Medienlandschaft, die darüber so berichtet hat, wie sie berichtet hat. Da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal dazu. Menschen wählen so nicht. Ja, sie entscheiden sich nicht für einen Kanzler. Das gibt das deutsche System gar nicht her. Sie entscheiden sich, ja, vielleicht diesmal tatsächlich für irgendeine Person. Abwesend, Thematiken und Ideen. Ja. Aber sie wählen sicher nicht die Koalition, die ihr dann daraus macht. Sondern ihr habt als Politiker bestimmte Präferenzen. Olaf Scholz zum Beispiel die Ampel, weil er da seine Ideen von Regieren am besten durchsetzen kann. Und zwar so, wie Angela Merkel es gemacht hat. Und weitere vier Jahre bleiben die schwierigen Sachen wieder auf der Strecke, was nur Probleme mit sich bringen wird. Aber boah, ey. Ich kann nur sagen, alle Leute gerne nochmal Michael Kochs sein Buch lesen, Demokratie ohne Mehrheit. Das erwartet uns jetzt nämlich in den nächsten Jahren. Und sonst wissen wir nichts. Wir wissen nur, dass wir nichts wissen, was das demokratische System und das Parteiensystem in Deutschland angeht. Denn es ist praktisch implodiert. Ja, also wir kennen ja das politische System unserer Nachbarn. Und ich meine, man guckt jetzt nicht gerne nach Belgien, weil man weiß, wie es da läuft. Also um ehrlich zu sein, bei der Situation hätte ich nichts dagegen, wenn wir zwei Jahre lang Koalitionsverhandlungen hätten. Es würde mich jetzt nicht sehr wundern, wenn auch dieses Mal, wie schon 2017, wir zumindest, sagen wir mal, auf eine Situation zusteuern, wo Neuwahlen jetzt nicht völlig ausgeschlossen sind. Wenn man sich nicht zusammenrauft. Und dann wird sich am Ende irgendjemand zusammenraufen. Aber was ja auch völlig klar ist, ist, dass es hier einige politische Figuren gibt, die das wahrscheinlich bis zum Maximum ausreizen werden, diese Koalitionsverhandlungen, was Drogen anbelangt und was vielleicht auch populistische Rhetorik anbelangt, um ihre Punkte da irgendwie durchzubringen. Weil das, was man vielleicht im Wahlkampf an Profilierungen auch nicht geschafft hat, das wird jetzt, glaube ich, massiv nachgeholt werden dann auch. Also weil man sich zum Teil vielleicht schon darauf einstellt, was die nächsten Jahre kommen wird und für sich eine Position dort sucht. Und auch einfach, weil man jetzt zwangsläufig Dinge zwischeneinander aushandeln muss, weil es so viele Koalitionsmöglichkeiten gibt, dass man ja gar nicht dran vorbeikommt, als mit jedem zu sprechen. Und jeder wird da sein Angebot machen. Und nach so ein bisschen Lagerwahlkampf hat natürlich auch gerade die konservativen Parteien, glaube ich, auch im Hinterkopf so, wie können wir jetzt irgendwie mit Roten und Grünen, wir kommen ja nicht dran vorbei, eine Regierung bilden, ohne dass wir jetzt hier irgendwie auch in diese Ecke geschoben werden. Das muss man ja erst mal vermitteln. Und ich glaube, da wird uns einiges noch auf uns zukommen. Und ich glaube, wir werden auch mehr so Krisen sehen, wo wir vielleicht auf der vorstehenden Koalition gebrochen werden und vielleicht auch mal nicht vier Jahre lang am Stück den gleichen Kanzler haben. Dass da einfach Bewegung her reinkommt. Auch so Misstrauensvoten und so, das haben wir alle schon wieder vergessen. Ich erinnere mich noch an die Schröder-Jahre. Ja, auch das ist möglich. Und es wird anstrengend. Also ich glaube, dass es... Ach, das ist gar nicht so anstrengend, wenn du nicht einen Kanzler hast, der permanent Basta sagt und seine Haare färbt. Kannst du doch durchaus... Also wir haben ja darüber gesprochen, dass unser System so unbeweglich ist. Ja. Und das würde natürlich... Also diese Art von Regieren würde natürlich sehr viel Unsicherheit reinbringen, sehr viel Krise. Gleichzeitig würde es auch viel mehr Chancen eröffnen, dass es mal ein bisschen Leben in die Bude kommt, um ehrlich zu sein. Im Bestfall wirkt es belebend. Im Worst Case sehen wir auch wieder viel so auf Personen zugeschnittene Dinge und wahrscheinlich auch wieder so... Also das, was wir halt jetzt schon in Ansätzen auch während dieses Wahlkampfs gesehen haben. Also ich meine, auch die CDU wird sich natürlich, auch wenn sie in die Opposition gibt, nicht einfach so geschlagen geben, sondern die wird ja dann auch noch mal wahrscheinlich rhetorisch ganz groß auspacken und überall rumsitzen und den Untergang Deutschlands verkünden. Also eine CDU in der Opposition nach einem verlorenen Wahlkampf ist grundsätzlich abscheulich. Genau. Und ich glaube, darum muss er sich einfach ein bisschen anstellen. Und das meine ich auch mit anstrengend, weil ich glaube, einfach die Wortmeldungen von Politikern könnten wesentlich anstrengender werden als das, was wir jetzt hier 16 Jahre lang eingehegt von Mutti Merkel, ja, ich weiß, man darf sie nicht so nennen, aber eingehegt von ihr halt irgendwie... Also ich kann nur empfehlen, dann wirklich Bundestagsdebatten zu gucken. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass die CDU jegliche Kontinence verlieren wird in diesen Debatten. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das wird dann unterhaltsam. Es ist dann auch unterhaltsamer, als wenn die AfD da rumkeift. Ja, naja, wenn die CDU dann überhaupt in die Opposition geht. Also werden wir dann sehen, was da am Ende bei rauskommt. Also um ehrlich zu sein, wenn wir schon die SPD dann mit Kanzler haben, wir haben ja noch gar nicht über die Linke gesprochen, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir Rot-Rot-Grün haben werden. Oder Rot-Grün-Rot, weil wirklich sowohl SPD als auch Grüne setzen alles daran, nicht mit den Linken zu koalieren, wegen Außenpolitik. Außenpolitik ist etwas, was die Deutschen null interessiert. Und das Thema NATO stellen die da wirklich auf ein Podest. Das ist keine Frage, die unsere Bevölkerung, unsere Gesellschaft wirklich aktuell bewegt. Aber die setzen wirklich alles daran, also an dieser Frage dann eine Rot-Grün-Rote Regierung scheitern zu lassen. Gut, macht, wie ihr wollt. Dann halt mit der FDP und Christian Lindner in einer Ampelkoalition. Aber wenn es möglich ist, die CDU erstmal aus der Regierung rauszuhalten, wäre das, glaube ich, sehr schön. Ja, das Ding ist, man weiß es ja nicht. Also man weiß ja nicht, ob das, was Annalena Baerbeck und Ula Scholz da von sich geben, ob das tatsächlich eine Abneigung gegenüber der Linkspartei ist oder ob es nur eine Positionierung ist, damit nicht irgendwie doch Wähler nochmal zurückflüchten zur CDU und zur FDP, weil sie Angst haben irgendwie davor. Also das ist ja so ein bisschen das Problem oder das Erwartbare, was wir ja jetzt haben. Keine Sau interessiert Außenpolitik oder NATO. Ja, aber genau deshalb können sie es jetzt vielleicht auch so auftischen und dann am Ende trotzdem sagen, dass sie, also es wäre schon alles möglich und ich halte es auch durchaus für möglich, dass der, also das ist wahrscheinlich nur, dass jetzt natürlich taktisch da argumentiert wird, dass jetzt da niemand nach außen geht. Also die Linke, natürlich, klar, die Linke geht nach außen und sagt, also wir haben mega Bock, wir sind bereit hier. Also NATO wollen wir immer noch nicht, aber da finden wir sicherlich eine Lösung. Wir sind bereit, so hier ist unser Programm, let's go. Aber das sind ja die Einzigen, die sich so positionieren, weil sie vielleicht auch aus ihrer Perspektive diesen Druck aufbauen wollen, dass es möglich ist, dass man sich am Ende als SPD und Grüne nichts zurückziehen kann und sagen kann irgendwie, ja, die waren ja nicht gesprächsbereit oder so. Deshalb frühzeitig schon mal blinken, dass man dafür bereit wäre. Bei SPD und Grüne weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also mein Bauchgefühl, aber da bin ich vielleicht auch einfach zynisch oder mein Vertrauen in die SPD ist so begrenzt und in die Grünen, dass es irgendwie, dass ich es mir nicht vorstellen kann, ist auch, dass sie es nicht wollen. Also Olaf Scholz hat schon von Anfang an deutlich gemacht, dass ihm eine Ampel am liebsten wäre. Ja, dass es zumindest in die Parteizentralen reinwirkt und so. Nun entscheidet Olaf Scholz ja auch nicht alleine. Ich meine, es sagt er gerne, dass er ja die wichtigste Figur ist überhaupt. Mick, noch mal, Olaf Scholz, der dann die SPD praktisch vor ihrem Abgrund gerettet hat, so wird es dann auch in der Parteizentrale, wie die Brandhaus propagiert werden und vor allem von den Anhängern von Olaf Scholz, unter anderem Kevin Kühnert. Der wird definitiv alles zu sagen haben. Ja, aber es gibt gar keinen Grund, warum er es müsste. Also man könnte ja Olaf einfach sagen... Nee, müsste er nicht, aber er wird als Retter der Partei dastehen. Und Messias-Personen dürfen alles, was sie wollen. Ja, aber du merkst schon, wie viele Faktoren da reinkommen. Also wenn man ehrlich ist, dann kann man auch sagen, warum sollten Walter Boyanz und Saskia Esten und Kevin Kühnert nicht auch Olaf Scholz sagen können, wir sind hier im Vorstand, ja, wir sind Parteivorsitzende. Also Kevin Kühnert würde Olaf Scholz gar nicht sagen, weil Kevin Kühnert der Olaf Scholz der Zukunft ist. Also zu tun, als wäre Kevin Kühnert auf der Seite von Walter Boyanz und Saskia Esten, ist ungefähr so, als würde ich sagen, Söder ist auf der Seite von Frau Wisser. Ja, aber das ist ja jetzt, das ist dein Blick darauf. Nee, das ist die Realität. Ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, wie ich glaube, dass es ist, würde ich das alles auch genauso sagen. Ich will nur sagen, also theoretisch wäre es möglich, anders zu agieren. Theoretisch, aber wir wollen uns ja mit der Realität beschäftigen. Eine Parteispitze hat Macht, ja, aber theoretisch wäre es auch möglich, dass Grüne und SPD und Linke zu einem vielleicht konstruktiven Austausch kommen. Also das geht schon alles. Es ist nicht ausgeschlossen. Das stimmt. Es ist nicht ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit besteht immer noch. Nichtsdestotrotz sehe ich aktuell mehr Wahrscheinlichkeit Ampelkoalition. Ja, ich auch, klar. Aber ja, das ist, ja, die Frage stellt sich mir auch nicht so richtig. Aber ich will nur sagen, es gibt verschiedene Player, es gibt da viele Faktoren, die da reinwirken. Nichts von dem, was jetzt noch unmittelbar vor der Wahl gesagt wird, kann man für bare Münze nehmen, was irgendwas anbelangt von den Koalitionsverhandlungen. Ja, Christian Lindner hat schon in alle Richtungen geblieben die letzten paar Wochen. Die Welt bezeichnet ihn nur noch, ja, also Christian Lindner wird da gar nicht mehr genannt. Ja, das ist nur noch der Kanzlermacher. Ja, hier spricht der Kanzlermacher und so. Das wird übrigens der FDP und Christian Lindner auch zu Kopf steigen, dass er dann auch nicht mehr weiß, wohin mit seiner Macht. Ja, ja, klar. Der muss jetzt halt auch den Kanzler machen. Also Christian Lindner kann jetzt schwer sagen, natürlich so, nee, ich gehe jetzt doch nicht in die Koalition. Wenn man ihn schon als Kanzlermacher feiert, dann muss er jetzt auch einen Kanzler machen. Lieber falsch regieren, als gar nicht regieren, ist jetzt das Motto. Genau, also, und ich glaube auch einfach, also das ist auch meine persönliche Vermutung, aber ich glaube einfach, dass Christian Lindner nicht an sich dieses Label haben will von Er macht's nicht. Nee, der wird sich das jetzt übrigens teuer erkaufen lassen. Wer immer Kanzler unter Christian Lindners Gnaden wird, muss der für teuer bezahlen. Ja. Ja, aber wir haben letztendlich, haben wir ja genauso, Fragezeichen, wenn es um die Koalition, die natürlich schon so ausgemacht ist, aber zwischen Rot-Grün geht. Also bleiben die sich da am Ende wirklich treu. Also die stehen jetzt natürlich auf den Bühnen und teilen auch immer mit. Eigentlich haben wir mega viel miteinander gemeinsam und versuchen sich darauf auch so ein Stück weit festzunageln. Ja, dass man sagt, also wir können nur mit euch und ihr könnt nur mit uns und lasst es mal vorher schon irgendwie so ein bisschen vereinbaren. Aber am Ende wissen wir nicht, ob die SPD nicht eher bereit ist, mit CDU und FDP in eine Koalition zu gehen, wenn sie ihr was anbieten. Und wenn es nur die Gewohnheit ist, ja? Also mal ganz ehrlich, wenn du in diesen Wahlkampf gegangen wärst mit der Aussicht, dass die SPD tatsächlich den Kanzler stellt, Ich glaube, Olaf Scholz wäre es am liebsten, wenn es irgendwie ginge, in einer großen Koalition unter der Führung der SPD und dann nur mit diesen beiden Parteien. Ja. Ja. Und um ehrlich zu sein, es ist auch logisch gesehen eine gute Variante, weil natürlich wirst du so wenig Parteien wie möglich und eine angeschlagene CDU in einer großen Koalition. Was Besseres kann dir als SPD-Kanzler gar nicht passieren. Ja. Aber auch da die Frage dann, wie lange hält Armin Laschet durch? Gar nicht. Der ist weg nach dem Wahlabend. Ja, genau. Aber treffen wir dann auf eine CDU, die, sagen wir mal, um nicht alle Macht zu verlieren, bereit ist, alles einzugehen, einfach nur, um wieder in der Koalition verteidigt zu sein? Oder treffen wir auf eine trotzige Friedrich-Merz-CDU, die schon von sich aus sagt, so, also wir. Ja, also ein bisschen wie Elefantenrunde damals mit Schröder. Ja, man setzt sich einfach irgendwo hin und tut so, als hätte man nicht verloren. Ja, also auch das kann ich mir bei der CDU vorstellen. Ja, dass man dann noch selber in die Koalitionsverhandlungen geht und so sagt, also wir wollen das, das, das und das mit einem Serium. Und dass dann auch die SPD zu Recht sagen würde, also Leute, so läuft es ja irgendwie nicht. Ja, also ihr habt euch jetzt einzureihen und mal gucken, ob die CDU dann bereit ist, sich einzureihen. Also wahnsinnig viele Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und ich glaube auch, man macht halt Friedrich Lindner jetzt so zum Kanzler machen, aber ich glaube, dass da die andere Player genauso eine Rolle spielen können dabei. Einfach gerade, weil so viele Dreier-Koalitionen möglich sind, hängt es am Ende vielleicht nicht nur an Christian Lindner, sondern dann hängt es vielleicht doch an den Grünen oder der SPD, weil es halt irgendwie ein konservatives Lager gibt zwischen Schwarz-Gelb, ja, was ein Angebot machen könnte und Rot-Grün. Und innerhalb dessen sind halt auch irgendwie alle miteinander austauschbar. Naja, es fällt leichter, Christian Lindner zum Königsmacher zu machen, weil in der FDP, um ehrlich zu sein, ist er aktuell wieder völlig unumstritten. Ja. Und das macht es berechenbarer, ich glaube auch für Journalisten, ihn da zum Königsmacher zu machen, weil er hat ja wenig Gegenwehr in seiner eigenen Partei. Während man natürlich bei Koalitionen mit den Grünen jetzt Annalena Baerbock und Robert Habeck hat. Annalena Baerbock wird trotz allem angeschlagen sein. Robert Habeck wird, glaube ich, eine viel größere Rolle dann spielen, auch in den Koalitionsverhandlungen. Dann gibt es noch ganz andere Player bei den Grünen, unter anderem Schelm Öztemir mit seinen Ideen von Außenpolitik oder Renate Künast. Also da hat man natürlich viel mehr Personal, das auch reinreden wird in diesen Koalitionsverhandlungen. Ja, das stimmt. Und Christian Lindner sozusagen als Führungspersönlichkeit der FDP da hochzuschreiben, fällt einem leichter, als die komplizierten Situationen von Grünen und CDU dann nach der Bundestagswahl zu besparen. Ja, mal schauen, ob es ein Druck ist, den man da halt irgendwie standhält. Weil, also ich meine, Christian Lindner wird viel gefeiert. Ich frage mich da, ob der da tatsächlich so den Durchblick hat. Weil er hat schon einmal, also 2017, muss man ehrlicherweise sagen, hat er ja maximal verkackt. Also da hat er halt irgendwie, da hat er alles. Kurz davor, kurz davor Palastrevolution zu machen. Genau. Also da war er schon einmal fast raus, weil er irgendwie dachte, er bringt sich da eine schlaue Position. Und das hat jetzt auch eine Weile gekostet, bis die FDP wieder zurück ist. Und letztendlich hat die FDP auch ein bisschen Glück, dass sie jetzt überhaupt so dasteht. Weil die CDU natürlich einen absoluten Kack-Wahlkampf macht. Vor allem haben sie von der Pandemie profitiert. Ja. Ja, und genau, von der Inszenierung so als Freiheitspartei und so, genau. Das bringt natürlich auch alles was, obwohl sie sich wahrscheinlich, hätten sie sich deutlicher positioniert, vielleicht sogar noch mehr hätten abziehen können von der CDU. Auch das wieder so ein Wahlkampf, wo man mit Selbstverständlichkeiten halt irgendwie gestartet ist und wahrscheinlich dachte, na ja, besser als 12 Prozent wird es eh nicht. Und ja, das wird aufregend zu sehen, wie sich Christian Lindner da verhält. Also wirklich unter diesem Wahlkampf steht, wir suchen eigentlich nur die Super Merkel und alle Parteien sind nach 16 Jahren Angela Merkel völlig unfähig, Wahlkampf zu machen, Fragen zu stellen, also die großen Fragen oder wenigstens kleine Fragen und Visionen zu entwickeln. Also alles das ist völlig rausgeprügelt aus unserem politischen System. Ja, na ja, wir haben ja jahrelang darüber gesprochen, dass die SPD halt mit sich irgendwie wirklich mal in so eine Arbeitsphase muss, dass sie vielleicht auch Zeit in der Europäischen Union Ja, das wird sie definitiv überspringen. Ja, weil man einfach mal sich zusammensetzen muss und Dinge aushandeln muss und gucken muss, wo will man hin mit seiner Politik und was heißt Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert, genau das gleiche Problem hat die CDU. Ja, die SPD hätte mal auf die Couch gemusst. Ja. Jetzt ins Kanzleramt zu gehen und die Couch zu überspringen ist vielleicht nicht so gut für das. Ja. Also kurzfristig gesehen ist das natürlich gut für die SPD. Langfristig kann das durchaus in die Hose gehen. Also man kann ganz schnell von wir stellen den Kanzler auf 10 Prozent abstürzen bei der aktuellen politischen Lage, die wir in Deutschland haben. Ja, klar, vor allem, weil natürlich auch Olaf Scholz dann, obwohl der Titelverteidiger es natürlich nicht den Background hat von Merkel, dass man natürlich auch so verzeihend ist, sondern er muss sich jetzt ja trotzdem, als müsste er sich als Kanzler beweisen, und da ist die Gefahr relativ groß. Das kennt man ja auch. Sobald man an der macht, das rutscht man irgendwie wahnsinnig ab in den Umfragewerten. Das ist eigentlich Standard. Das ist total schwer, das zu halten und wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer, innerhalb von vier Jahren so ein Standing aufzubauen, dass er mit Selbstverständlichkeit wiedergewählt wird. Ja, dass sich das irgendwie so verfestigt. Das kann natürlich jetzt auch der erste Weg dahin sein, dass man sagt, okay, die SPD wird jetzt vielleicht nochmal für eine Zeit lang so die CDU sein, die überlebt. Ja, vielleicht dreht sich das jetzt einfach nochmal und die andere Partei schwimmt jetzt oben, aber die Frage stellt sich nicht, dass die in zehn Jahren wird es den beiden schlecht gehen, wenn sie jetzt nicht anfangen, irgendwie programmatisch an sich zu arbeiten. Und vielleicht ist da die CDU sogar besser beraten, wenn sie um die Opposition geht und sich zurückziehen kann und das mit sich aushandeln und dann die SPD zum nächsten Wahlkampf wieder überraschen, weil mit, dass sie dann halt eben doch mit dem Programm kommt und vielleicht einem Kandidaten, der irgendwie eine Idee und eine Vision hat. Ja, und die CDU kann dann das angehen, was die SPD in dieser Phase nicht angehen wird, nämlich politisches Personal wieder aufbauen. Ja, politisches Personal. Also grundsätzlich muss man sagen, politisches Personal bei der CDU, wenn man sich genau überlegt, ist es eine absolute Katastrophe. Also wir haben uns ja dieses Zukunftsteam von Armin Laschet angeguckt. Da konntest du zwei Personen erkennen. Und das war die Dorothea Bär und Friedrich Merz. Das waren die einzigsten Personen, die bekannt sind im Großen und Ganzen. Ich will gar nicht sagen, dass die anderen Leute schlecht sind. Du kennst sie halt nicht. Und das sagt auch schon ziemlich viel darüber aus, welchen Stand an politischem Personal auch die Union hat, nämlich gar keinen. Ja, die ist alles weg. Bei der SPD ist es ja nicht großartig anders. Du hast Olaf Scholz und dann kommt da eine ganze Weile gar nichts. Kevin Kühnert ist noch bekannt, aber auch er hat ja, ihm fehlt ja gegliche Erfahrung als, also in irgendwelcher Verantwortung, Regierungspersonal oder was auch immer. Und die Grünen haben vielleicht ein bisschen mehr Personal noch als alle anderen Parteien. Aber auch da muss man sagen, die Rekrutierung, was die Landeslisten angeht, ist so ein Mix aus ja, alteingesessen und Aktivisten, wa? Ja. Und dann muss man sich so grundsätzlich die Frage stellen, wie werden wir in Zukunft politisches Personal rekrutieren? Gehen wir dann zu allen möglichen Aktivistengruppen und stellen dann Leute auf die Wahllisten oder also wollt ihr euch dann komplett abkapseln von den kommunalpolitischen Einrichtungen, ja? Also das macht mir auch ein bisschen Sorge, um ehrlich zu sein. Wie wir auf Bundesebene politisches Personal rekrutieren und ich möchte nicht wirklich, ja persönlich wissen alle, dass ich was gegen Luisa Neubauer habe. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich nicht finde, dass das die richtige Variante ist, wie wir politisches Personal in Landes- und Bundesparlamente sitzen. Weil die Leute natürlich mehr haben müssen, als eine Erfahrung, wie du vor einer Kamera sprichst. Das reicht halt nicht aus. Also es reicht nicht, dass du von vom Hörsaal praktisch in den Plenarsaal wechselst, nur weil du irgendwo von der Presse ausgesucht wurdest als Sprecherin von Fridays for Future und irgendeiner anderen aktivistischen Gruppe. Das reicht nicht aus, um in Deutschland demokratisch aktiv zu sein und hier tatsächlich Entscheidungen für die ganze Gesellschaft zu treffen. Ja, aber das ist ja ein Problem, was ja letztendlich jetzt nicht nur die Grünen aufgeworfen haben, sondern was ja schon sehr lange existiert. Ja, aber es fällt halt in diesem Wahlkampf extrem auf. Also die Grünen haben ihr Personalproblem gelöst, indem sie sagen, also wir wollen mehr zu Aktivisten. Was ja eine Möglichkeit ist, die CDU und die SPD haben dafür noch überhaupt keine Lösung gefunden und deren Problem ist noch intensiver, weil die sich eigentlich immer rekrutiert haben aus der eigenen Mitgliedschaft. Die bricht ihnen langsam weg, die stirbt ihnen weg und sie haben noch keine Antwort darauf gefunden, wie kriegen wir junges politisches Personal. Und ich finde, die Antwort der Grünen ist halt nicht ausreichend. Ja, die Antwort der Grünen funktioniert halt in manchen Regionen. Die Frage wird sein, ob die Grünen halt schaffen, halt über dieses städtische Milieu halt hinaus zu strahlen. Das wird glächerlich auch ihre Aufgabe so ein Stück weit sein, also in andere Kommunen hineinzustrahlen und raus aus diesem großstädtischen Milieu. Weil hier funktioniert es ja schon ganz gut. Also du hast halt hier Fahrradaktivisten, die gehen dann halt bei den Grünen rein und so und beleben hier diese Landesverbände. Und ich glaube auch, dass es für die Städten eine gute Variante ist, da mit junges Personal anzuziehen und die werden dann eh irgendwie politisch eingespeist und sind dann nicht mehr so aktivistisch drauf, wenn sie sich mit den Realitäten der Politik irgendwie auseinandersetzen müssen. Und gleichzeitig ist es ja auch die Aufgabe von Parteien, solche Strömungen zu integrieren. Deshalb, ich finde es für die Grünen nur logisch, dass sie versuchen jetzt Fridays for Future und andere Klimabewegungen halt irgendwie in sich zu integrieren und aufzunehmen. Das große Auffangbecken dafür zu sein und das abzustauben. Das Problem wird dadurch sicherlich bleiben, das wir schon jetzt haben, nämlich das wir im Bundestag haben, der halt hauptsächlich aus Juristen besteht und halt eben Beamten, ja, keine Handwerker, keine Angestellten und so weiter und so fort. Das ist uns alles bekannt. Ähnlich sieht es aus mit der Parität, ja, auch das wird nicht unbedingt besser. Mit Migrationsstatus, also wir haben bald den größten Bundestag überhaupt mit fast 1000 Leuten. Der wird jetzt noch größer nach dieser Bundestagswahl, also nach den aktuellen Berechnungen, als er jetzt schon ist. Und er ist jetzt schon überwacht. Und man kann wirklich aus einer Hand abzählen, aus welchen Berufen die Leute da kommen. Und das ist sicherlich ein Und übrigens die Antwort der Grünen und der SPD auf diese Fragen ist dann immer die Wahlkreise der Direktkandidaten größer zu machen, was zum Nachteil übrigens des ländlichen Raumes passieren wird. Und genau das ist auch wieder die falsche Antwort. Naja, ob man da jemals eine Lösung finden wird, bin ich mir auch noch nicht sicher, weil das ist ja, da hat ja jede Partei das, was ihr halt irgendwie am meisten was bringt. Also es ist total schwer, dann Kompromisse auszuhandeln. Ja, aber es ist schon klar, dass die Leute, die ihre Wählerschaft im städtischen Milieu sehen, auch lieber die Wahlkreise für den ländlichen Raum größer machen wollen, in der Hoffnung, dass sich das Problem mit den Überhangsmandaten dann irgendwie in Luft auflöst. Aber du hast halt dann halt nur weniger Direktkandidaten, die den ländlichen Raum bespaßen können und mehr Kandidaten aus den Städten. Dann hast du das Problem mit den Überhangmandaten aber immer noch nicht gelöst. Ja, ja, klar. Naja, und die SPD und CDU wollen es halt genauso beibehalten, weil es ihnen halt was bringt. Also und so hast du halt diese Seiten und eigentlich weiß niemand so genau, wie Mandaten eine Lösung zwischen denen herausfindet. Also in Brandenburg gibt es einen Deckel. Es gibt einen Deckel für Überhangmandate. Ja, so ein Deckel wäre vielleicht eine Variante, auf die man sich noch einigen könnte. Aber wahrscheinlich auch nicht mit einer jetzt so stark angeschlagenen CDU. Aber vielleicht muss sie ja gar nicht groß mitmachen. Nee, aber was du ja schon völlig ansprichst, ist natürlich auch das, was wir jetzt hier als programmatische Aufgaben besprochen haben für die CDU und die SPD, natürlich auch in der Partei, die strukturelle Aufgaben sind. So, also ich glaube, es ist völlig klar, dass man jungen Wähler irgendwie schwer die Strukturen der heutigen Parteien vermitteln kann. Also das ist, also auch alle Menschen, die ich kenne, die in Parteien aktiv sind, klagen auch regelmäßig darüber, dass es halt einfach schwierig ist, da irgendwie seinen Stand zu finden und dann nach oben zu kommen. Und das ist halt wahnsinnig viel anstrengende, aufhebende Bürokratie ist. Wenn ich mit so linken Landesverbänden spreche, war da immer das Ding, ja, also wir haben entweder die Leute, die halt noch sehr jung sind, ja, die zu uns kommen, weil sie noch den Raum haben oder wir haben wieder die Leute, die sehr, sehr, sehr alt sind, weil sie den Raum haben. Ja, dazwischen kommt niemand, weil wenn man sich um Beruf, Kinder und all das kümmern muss, hat man keine Zeit, um sich noch groß in der Partei zu engagieren, ja, also den Raum sehen darf. Die Linke haben noch ein ganz anderes Problem, die hatten tatsächlich, als sie gegründet wurden, ja, die PDS und im Westen die WHSG und das Problem der PDS war vor allem, dass sie ja in Ostdeutschland sehr, sehr aktiv waren und da auch verwurzelt waren, aber eine sehr, sehr alte Parteienmitgliedschaft hatten, also noch älter als CDU und SPD. Und mit dem Zusammenschluss und der Schaffung sozusagen der Die Linke hast du dann einen ganzen Schwung an Neumitgliedern bekommen, die sehr, sehr jung waren, aber die Altmitglieder sind dir dann zeitnah weggestorben. Also diese Sonderstruktur, die du vor allem bei den Linken hast, ist, dass du keinen Mittelbau hast, weil die PDS keinen Mittelbau mehr hatte. Die war völlig überaltert und das sind halt keine Leute in diesem mittleren Alter noch nachgekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, gerade bei den Linken ein extremes Problem. Ja, aber es ist auch, also es ging ja jetzt zum Beispiel gerade um Neueintritte. Vielleicht hätte ich das dazu sagen müssen und ich glaube, das bemerken andere Parteien auch. Also was nur sagen wir, dass Parteien natürlich immer an unsere, an unsere gesellschaftlichen Dinge, an unsere gesellschaftlichen Strukturen ja auch gekoppelt sind. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der halt eben die meisten Menschen zwischen 30 und 40, halt irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten, ja, sich irgendwie um Kinder kümmern müssen, die wahrscheinlich in Kita und Schule so mittelversorgt werden, hast auch noch Corona-Krise und so weiter und so fort. Also jeder weiß, was da auf so ein Individuum einströmt und sich dann parteipolitisch noch zu engagieren in einem Laden, wo du das Gefühl hast, du wirst da eh nicht richtig wahrgenommen und bist nur einmal im Jahr irgendwie der Plakathänger oder so und sonst kannst du irgendwie nicht auf innerparteiliche Dinge einwirken. Ist ja auch schon den Parteien aufgefallen, dass das ein Modell ist, was so nicht funktioniert und dass man irgendwie anders animieren muss. Ja, aber dann siehst du ja gerade, dann siehst du ja gerade, dass diese Leute auch bei den Grünen nicht berücksichtigt werden, wenn es um also Parteilisten geht. Also dieser Mittelbau wird ja von den Grünen aktuell bei der Listenaufstellung auch eher berücksichtigt, wenn sie tatsächlich schon integraler Teil der Partei sind. Das sehe ich an Brandenburg. Listenplatz 1 und 2 sind Baerbock und Keller und danach kommen nur Jüngere, also so Mitte 20. Alle eher aus dem urbanen Raum und wir haben aber eine Reihe von Menschen mittleren Alters, also 30, 40 bis 40, genau diese Leute, die schon längerfristig kommunalpolitisch auch aktiv sind, die aber auf der Liste überhaupt nicht vertreten sind. Ich meine, die in die Nähe gekommen sind, da aufgestellt zu werden, die machen die Direktmandate. Und dann ist schon die Frage, also wenn du willst, dass die Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und sich dann sozusagen diese Parteiarbeit noch machen und kommunalpolitisch aktiv sind, wenn du die halt dann auch bei der Listenaufstellung völlig übergehst, also zur Berücksichtigung halt von jungen Aktivisten, ob das auch so ein Konzept ist, das zukunftsträchtig ist. Ja, naja, letztendlich müssen das Parteien ja irgendwie immer aufeinander aushandeln. Also ob jetzt die, ob jetzt jeder Kommunalpolitiker auch das Interesse hat, jetzt quasi in den Parteireihen irgendwie aufzusteigen, ist ja auch eine Frage. Ja, aber wenn du ein Direktmandat, also wenn du ein Direktmandat anstrebst, aber dann nicht auf die Liste kommst, kann ich mir nicht vorstellen, dass das genau die Leute sind, die sagen, ja, ich trete hier als Direktkandidat an, hab aber null Aussicht in Brandenburg direkt gewählt zu werden. Aber auf die Liste brauche ich nicht, nee, nee. Naja, das ist ja klar, dass man das irgendwie miteinander aushandeln muss in der Partei und dass die Grünen da vielleicht auch in besonderer Weise gefordert sind, weil sie ja nun mal diesen Nachwuchs haben, der auch auf sie Druck ausübt, ja in gewisser Weise. Also die jungen Menschen aus den Aktivistenskeiten, die wollen ja in die Grünen auch rein und wollen ja im Bestfall auch, also es gibt auch einige, die gehen dann so in Richtung Klimaliste und so und machen ihr eigenes Ding, aber an sich ist der so aufgebaut worden, auch da in diese Partei hinein zu gehen und das nimmt natürlich eine Partei dankend an in einer Zeit, wo sich so gut wie kein junger Mensch mehr irgendwie bereit erklärt, in Parteien einzutreten und verteilt er vielleicht auch mal so um, dass es jetzt vielleicht nicht jedem auf den Listen gefällt, ja, oder der jetzt hier schon lange bei so einer Partei dabei ist. Ich würde es jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt auch nicht optimal, aber zumindest kann man bei den Grünen sagen, da reift, da reift nach und ich würde auch sagen, dass die Grünen von ihrer Struktur halt eben schon, von ihrer Beteiligungsstruktur halt schon wesentlich moderner sind als andere Parteien und dass man, dass man zumindest den Menschen dort das Gefühl gibt, dass sie in einer anderen Weise, in einer anderen Art und Weise involviert sind, als halt eben bei so einem Kanzlerwahlautomaten wie der CDU, ja, wo man halt eben nicht so integriert ist und wo auch immer klar war, dass man Parteimitglied nicht ist, um Partei mitzugestalten, sondern dass es ein Bekenntnis ist, ja, und deshalb wurden ja die Spitzen der beider Parteien ja schon in einem anderen Verfahren gewählt und man ist durchs Land gereist, ja, und hat sich vorgestellt und hat irgendwie so, äh, so Dorfgespräche geführt und so, weil man halt eben gesagt hat, das funktioniert nicht mehr und das hat man ja schon erkannt, nur dass man dann halt eben das Problem hat, dass es halt dann manchmal so Menschen nach oben schaffen, die wir dann halt so eine Parteispitze auch nicht unbedingt oben haben, ja, oder so einen Vorstand, ne, Es ist halt ein bisschen ironisch, dass die CDU mehr auf diese Direktwahl mittlerweile gegangen ist für die Parteivorsitzenden, bei den Kandidaten haben sie es dann ein bisschen ausgeblendet, als die Grünen, die das wirklich dann intern sozusagen unter sich geklärt haben, ohne nochmal die Basis zu fragen, da gab es ja früher immer Abstimmung. Ja, das stimmt, eigentlich bemerkenswert, aber ich glaube, die Parteien haben es schon irgendwie erkannt, aber gleichzeitig haben sie, glaube ich, noch gar nicht erkannt, dass sie ihre Strukturen dafür massiv umbauen wollen, äh, umbauen müssen. Ja, auf alle Fälle. Und dass man sich natürlich auch so ein Stück weit, also wenn man jetzt nur die CDU nimmt, sich natürlich da auch einen, äh, einen gärigen Haufen, ja, herangezüchtet hat an junger Union, wo man auch sagen muss, also jedem gemäßigten, konservativen, jungen Menschen, dem muss da eigentlich auch negativ ausstoßen, wenn er sich den Laden anschaut, ja, also was man da, also so kenne ich das auch aus meinem, die Menschen, die ich kenne in der jungen Union, ich möchte jetzt hier wirklich keinem zu nahe treten, ja, aber das ist auch so ein bisschen so eine Geldadel-Jugend, ja, die, und man kann jetzt über die grünen Wohlstandskinder auch sagen, was man will, ja, aber da, das ist ein ganz unangenehmer Ton, der da angeschlagen wird und das kann, glaube ich, auch nicht die Zukunft für die CDU sein, irgendwie so ein Tilman Koban oder so ein Zimiak, die, äh, eigentlich ja gar nicht... Übrigens, es gibt auch jede Menge Frauen, konservative Frauen, die das, denen das richtig auf die Eier geht, um ehrlich zu sein, diese, genau die Sachen. Ja, und die haben ja so ein Auftreten, was einfach anätzt und die haben ja nun gar keinen Wertekanon mehr und aus da trieft auch wirklich der Machtwille aus jeder Pore, ja, und dass man dann sagt, dass man vielleicht... Und zwar ein richtig unangenehmer Machtwille, sondern nur Macht, um Macht zu haben und das ist noch nicht... Und das demobilisiert natürlich auch junge Menschen, die konservativ sind, aber die vielleicht eine Idee haben für Politik, ja, und die da nicht nur reingehen, um halt irgendwie auf dicke Hose zu machen und so und, ähm, da sind auch, glaube ich, ungünstige Entwicklungen im Gange, ne, weil das so zu exklusiven Vereinen werden zum Teil, diese Jugendorganisationen der Parteien und, äh, ne, die Jusos sind da ja auch noch um einiges aufgeschlossen, da muss man ja ehrlicherweise sagen, ne, da ist Raum da, dann auch in verschiedene Richtungen zu gehen und so. Es wird spannend sein, ob dann, äh, es hat der SPD gelingt, die halt auch in einer anderen Art und Weise zu integrieren, ne, oder ob man, ob man halt weiterhin jetzt eigentlich eine Politik gegen die Jusos macht und dann irgendwie immer hoffen muss, dass welche eintreten, um Grokos zu verhindern oder so. Wir haben doch hier Kevin Kühnert zum stellvertretenden Chef der Fraktion gemacht, das musst du doch jetzt erstmal rechnen. Ja, es hilft halt so richtig, wenn Kevin Kühnert dann halt eben auch sagt, ja, also, hm, für Volksentscheid werde ich auf jeden Fall Nein stimmen bei deutschen Wohnen enteignen, ne, also dann rutscht der bei mir auch wieder unten durch so. Ich habe ja von Anfang an gesagt, Kevin Kühnert ist der nächste Olaf Scholz und dabei bleibe ich und das hat er, das hat, also, den Kevin Kühnert habe ich schon durchschaut, als der noch nur GroKo-Kampagne gemacht hat. Insofern, du hast heute noch Termin. Ich habe heute noch Termin, ja. Was können wir über die Wahl nächstes Wochenende sagen? Na ja, erstmal warst du... Ich gehe noch wählen, ich bin kein Freund von Briefwahl. Also, ich bin jung, ich habe zwei Beine, ich kann mich bewegen und ich finde, der Gang in die Wahlkabine ist schon wichtig. Ja, das ist was Tolles, aber bei uns ist der Wahlzettel 2,15 Meter lang, ja, alles zusammengenommen, also, weil wir ja Abgeordnetenhaus, BVV, die Deutsche Wohnen enteignen, plus Bundestagswahl, also, ich habe das Gefühl, man würde da zwei Stunden stehen, bis alle ihr Kreuzling gemacht haben in der Kabine und mit den Setteln zurechtkommen, plus Marathon, ja, weil, warum nicht? Also, wir machen auch noch, wir sperren auch noch alles ab und lassen 20.000 Leute durch die Stadt laufen. Sehr gut organisiert. Ja, mega gut. Auf jeden Fall immer alles an einem Tag machen, dann hat man den restlichen vier Jahre Ruhe. Deshalb habe ich schon per Briefwahl gewählt. Naja, also, der Aufruf ist ja immer der gleiche, also, geht wählen, weil diesmal macht es halt wirklich Sinn. Vor allem, wenn ihr sozial abgehängt seid, geht wählen, weil die Leute werden irgendwie nicht wahrgenommen. Auch in diesem Wahlkampf übrigens nicht. Und ich würde persönlich natürlich immer noch den Appell ranhängen, so, also, wenn ihr keine Ahnung habt, dann wählt vielleicht einfach die Linke, so, weil es ist wirklich eine Gefahr. Also, für die Linke kann man sagen, sie haben wenigstens ein Konzept, was Erbschaftssteuer angeht. Das habe ich bei keiner anderen Partei gesehen. Ja, die Linke hat ein wirklich gutes Programm und sie drohen aus dem Bundestag rauszufliegen. Und das bei allem, was er über die Linke an Negativpunkten haben kann, aber das wäre wirklich katastrophal, weil ich bin mir nicht sicher, dass sie es so schnell wieder reinschaffen würden. Und es gibt dort einige Politikerinnen, die wichtige Arbeit in der Opposition machen und gemacht haben. Und das wäre einfach sehr, sehr schade. Und ansonsten, ja, nochmal vielleicht jetzt ein bisschen weniger Wahlkampf verfolgen, nochmal ein bisschen Ruhe tanken, ja, weil es kommen anstrengende Zeiten auf uns zu. Also, ab dem 26. wird es richtig, wird es richtig intensiv, glaube ich. So, da sind wir noch gar nicht drauf vorbereitet, aber der Winter wird kommen und wir werden Winter is coming. Zu Weihnachten werden höchstwahrscheinlich, ja, hätte jetzt fast gesagt zu 100 Prozent, aber höchstwahrscheinlich nochmal eine Rede von Angela Merkel hören, ja, zum Neujahr und keine Rede von unserem neuen Kanzler. Achso, ja, und natürlich dazusagen, man sollte sich nicht wundern, wenn am Ende gar nicht alles sich so säufer schiebt, wie man jetzt denkt, so, ne, weil Demoskopie ist ein schwieriges Spiel. Ich erwarte unerwartetes. Ja. Also, ich erwarte zum Beispiel, dass die SPD nicht zwangsweise 10 Prozent vor der CDU liegt. Ja, genau, solche Sachen zum Beispiel. Also, es kann auch sein, dass wir jetzt mega Tabula rasa gemacht haben die letzten paar Wochen und hey, alles ist im Wandel und es bewegt sich so viel und dann sind es Verschiebungen von drei Prozentpunkten. Auch das ist durchaus möglich. Lassen wir uns überraschen. Danke, Mick, dass du da warst. Mick und ich haben jetzt eine Bücherliste angelegt, damit wir mal den Überblick behalten über die Bücher, die wir besprechen können. Ich habe schon ein neues reingepackt. Okay, ich habe noch gar nichts. Ich muss jetzt, muss dringend auffüllen. Ja, mach mal. Ich habe nämlich Adam Tuth auf, er hat mir zugesagt. Adam Tuth kommt in diesem Podcast. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann, aber ich freue mich definitiv, dass er zugesagt hat. Das ist sehr aufregend. Und ich verfolge regelmäßig seinen Twitter-Account und da hat er ein Buch empfohlen aus dem 17. Jahrhundert. Da gab es, da gab es Klimakatastrophen, Umbrüche, Kriege. Ich glaube, das ist ein gutes Buch mal zu lesen für das 21. Jahrhundert. Oh ja, das finde ich gut. Weil im 17. Jahrhundert war unglaublich viel los. Da gab es sozusagen den ersten wirklichen Weltkrieg, den siebenjährigen Krieg. Der wird praktisch nicht besprochen in deutscher Geschichte, so generell in der Geschichtsbetrachtung wird der siebenjährige Krieg überhaupt nicht richtig bearbeitet. Aber das war wirklich ein weltumspannender Krieg und das war im Prinzip der Anfang vom britischen Empire, nachdem sie die Amerikaner verloren hatten. Und deswegen vielleicht mal ganz interessant, sich das das Buch anzuprobieren. Das hört sich gut an, ja. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ich lese sowas eh gerne, so geschichtliche Sachen. Aber wir haben viel zu tun, viel zu tun in den nächsten vier Jahren. Freue ich mich schon richtig drauf. Ich mache dann kurz, kurz nach der Pause, nach der Bundestagswahl nochmal Pause, weil ich Geburtstag habe. Also wird es die nächsten Wochen vielleicht ein bisschen ruhiger, aber an Feiertagen und Geburtstagen wird nicht gepodcastet. Und sonst bleibt uns ja Mick erhalten, der kann dann Jenny immer mal wieder runterholen, wenn sie sich total entrüstet. Ach ja, du hast ja heute festgestellt, manchmal drüste ich mich auch. Es gibt einfach so Themen, da hängt man dann dran. Und gerade bei der SPD ist ja auch, mir fällt auch immer auf, wenn ich dann manchmal noch in Sachen reinhöre. Ich rede ja auch wahnsinnig negativ über die SPD. Dabei habe ich ja viel negativ auf den Deckel, wenn ich über die Grünen schimpfe. Ja, was ja nicht heißt, dass man nicht, dass man jetzt irgendwie die CDU, die SPD verachten würde und nicht die CDU oder so, sondern es liegt ja eigentlich daran, dass man eine Erwartungshaltung an diese Parteien hat und dass man eine Erwartung in diese Parteien setzt und dass man ihnen ja auch gerne irgendwie Vertrauen geben möchte und es wird dann halt einfach wiederholt enttäuscht und man, irgendwann hadert man halt so mit sich. Ja, wie viel kann man denen noch geben? Und übrigens ein, sich über die, sich über die Grünen oder SPD aufregen heißt nicht, dass man will, dass jemand die CDU wählt. Ganz im Gegenteil. Ich habe Lust auf die CDU wählen, ja. Wenn die CDU mit sieben Prozentpunkten einläuft, ist immer noch zu viel für die CDU, ja. Aber, also, also, man kann grundsätzlich, nochmal, ich reg mich halt über die Grünen auf, über diese ganze Haltung. Ich finde, das ist eine Großstadtpartei, die viel zu wenig auf die Realitäten auch des ländlichen Raumes eingeht. Und wenn man eine Partei sein will, die den Kanzler stellt, dann muss man das auch im Blick haben. Ja. Das haben die Grünen in meinen Augen nicht und das hat Annalena Baerbock auch nicht. Und wenn ich mich darüber aufrege, wie realitätsfremd sie manchmal argumentiert, dann heißt das nicht, dass ich will, dass ihr die CDU wählt, sondern ich bin halt persönlich davon enttäuscht, was die Grünen mir hier anbieten. Ja. Und das darf man auch sein. Klar. Und man muss aber auch nicht permanent von Jenny erwarten, dass sie dann eine Wahl, also Wahlentscheidung, Empfehlung abgibt, ja. Wählt wen ihr wählt. Ja. Ich persönlich bin von dem Wahlkampf in alle Richtungen schwer enttäuscht. Das einzige Programm, das ich irgendwie mittragen kann, kommt noch von den Linken. Und diese Partei steht kurz davor, aus dem Bundestag rauszufliegen. Was. Ja, das Schöne ist doch bei Enttäuschung ist doch, man fühlt noch. Also man ist noch dabei. Also man hat es noch nicht völlig aufgegeben. Ja, auch diesen schönen Satz, was man liebt, das kritisiert man so, weil man möchte ja nicht, dass es untergeht. Und genauso würde ich das mit Blick auf die Grünen und SPD und so halt auch immer sagen. Oder Demokratie an sich. Ja, oder Demokratie an sich, genau. Wir beschweren uns ja auch viel über die Demokratie und so. Aber an sich ist es ja nur, weil man irgendwie den Wunsch hat, dass Demokratie belebt wird. Ja, und dass sich halt auch diese Zahlen nicht einfach verfestigen, wenn man sich diese Umfragen halt von jungen Menschen anschaut, die halt nicht mehr so viel Glauben in die Demokratie haben. Und ja, das ist einfach bitter. Und damit müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen so die nächsten Jahre. Ich denke mal, Nick und ich ergänzen uns da ganz gut. Ich freue mich schon auf deine nächsten Auftritte im Fernseh-Podcast. Du bist immer eine Bereicherung. Und ich freue mich, dass du hier mit mir auch immer Zeit hast. Ja, ich freue mich auch sehr. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub und so. Wir sehen uns dann gar nicht. Wir werden bestimmt noch mal auf Twitter irgendwie schreiben, wenn dann die Wahlergebnisse da sind. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich werde einige sarkastische Kommentare rauslesen. Ja, das glaube ich auch. Und da wird es ja dann eh auch brodeln. Also da bin ich auch sehr gespannt. Also irgendwie ist ja so, alle vier Jahre ist es ja dann doch nochmal so, wenn es dann auf das Finale zuläuft irgendwie. Ich fand auch Wehen schon wieder ganz aufregend und so. Also es nimmt mich dann doch jedes Mal mit. Naja, wenn du so einen ewig langen Waldzettel hast, ist es natürlich aufregend. Also es ist wie für andere so Fußball-Weltmeisterschaft. So ist es wirklich oder es ist so ein Film oder Serie, auf die man seit 15 Jahren wartet auf die dritte Staffel oder so. Also es klingt immer ein bisschen abgedroschen, aber es ist natürlich der hohe Tag der Demokratie, wählen zu gehen. Ja, also trotz allem, was man so an Negativen auch hat oder so wahrnimmt, dass deine Stimme halt nichts bedeutet, ist natürlich, es bedeutet was. Wählen gehen bedeutet was. Und wählen gehen bedeutet auch, Einfluss zu haben. Also wenn die 30 Prozent Nichtwähler alle auf einmal wählen gehen würden, dann würden sie das ganze politische System auf den Kopf stellen. Also wählen gehen bedeutet was. Ja. Also geht wählen. Wählt am liebsten demokratisch, das wäre natürlich noch besser. Ja, das wäre, das wäre, das wäre sehr schön. Das stimmt. Okay, dann herzlichen Dank, Mick. Ja, ich bedanke mich. Wir sehen uns, hören uns. Genau. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ��ừa. Untertitelung des ZDF, 2020